Salam alaikum Wa alaikum salam Aha Wen hab ich denn da am Apparat Eine mächtige Stimme Wie geht's dir Dima Sehr sehr gut Ich erwarte dich tatsächlich schon Seitdem ich heute Morgen mit einem deiner Brüder Ich habe den Abenteuer überlegt und mir berichtet wurde und ich bin bereit Aha Okay Dima Es gibt vieles zu besprechen Alles klar Da wo der Wichser hinführt Richtig Es gibt vieles zu besprechen Ich habe gestern mit einem deiner Jungs gequatscht Der hieß Diego Ja Der Diego Der Diego Diego hat gemeint Ihr seid alle umgezogen Also ich verstehe das nicht Also ich bin immer noch hier in Los Santos Ich habe kein Geld für irgendwas anderes Habibi Ich bin immer noch Straße und das Viertel ist da wo ich das aufgebaut habe Also wovon redet er Ich weiß nicht Und das Das härteste ist Der war nicht mal Der war nicht mal in Er war nicht mal in Sag du es mir in Tschetschenanzug Okay Ja hier ist Ich steige ein Jungs Wartet Ja schönen guten Abend Tayo ist Tayo ist einer meiner Jungs Genau Let's go Ich weiß nicht Er hat auch gesagt Also ich habe gestern mit ihm gequatscht Ja hör mal ey Dima Wir müssen das ja nicht über Telefon klären Wie manche Rapper Dass die mal am Telefon so Lass uns mal treffen Wo bist du Juta Dima Aber ey Wir reden gerade mit Sämtlichen anderen Leuten Ja Wir haben diesen komischen Werkstatt hier Ja LSC Sollen wir zu dir kommen oder sonst was Ja wir kommen LSC Wir kommen LSC Sag mal ey Jungs Sag mal den Leuten im Funk Wir gehen LSC Okay wir kommen da hin Wir kommen da hin Bis gleich Ja Andrej Aber ich glaube die kommen wieder Ja da war irgendein Vorfall oder so Aber die kommen denke ich wieder Du musst mal bitte den Funk Mal hier mal aufklären Achso Ey Bruder warum hörst du dich so an Als ob du durch eine Flasche redest Ich? Ja Bruder das ist richtig komisch Alter Du bist zwar hinter mir Aber ich höre dich dass du vor mir bist Ich weiß auch nicht Alter Hä Okay Das fand ich gerade geil zum Beispiel Ich laufe MD runter Ich telefoniere Meine Jungs kommen vorbei Holen mich ab Weißt was ich meine Sowas liebe ich Bruder Das ist ein bisschen Wir wollen RP filmen Bruder Was hast du gesagt Miami Ah Was hast du gesagt Miami Wir müssen mal quatschen wegen Kazam Okay Ich hab auch gerade eben mit ihm gequatscht Er sagt irgendwie Er will alles ficken und so Aber wir lassen uns quatschen Bruder das kennen wir doch alle Das kennen wir doch alle Sobald man einmal drin ist Und die Ladung entleert ist Dann hat man keinen Bock mehr auf die Das kennen wir doch Bruder So warst du doch auch Miami In deinen jungen Jahren Verdammte Scheiße Aber ich hab nicht meine Brüder hängen lassen Da hast du natürlich auch recht Was ist denn hier los Ey was machst du Bleib doch langsam Ich hab Kopfschmerzen Sorry mein Lever Sorry sorry Im Namen der Banner Music Entschuldigen wir uns Bruder Entschuldigung angenommen Okay alles klar Ah da sind die Boah hier ist full house Alter was hier Fast and Furious Kein Plan Er hat ja nicht gesagt Warte wir müssen mit Track Wir müssen mit Track Wir müssen mit Track Warte Ich wichs euch alle weg Ihr kleinen Pisser Wart nicht mal mit einer Frau im Bett Deine Truppe sieht man öfter in ADAC-Verein Meine Truppe sieht man mit Gangstern vereinen Farut Ben Scheiß auf alle Antäuscher Die Schlampe macht das Gift So wie meine Stammkäufer Benner leben länger Die Taxifahrer Penner Trainiert zwar keine Beine Doch bin immer noch der Renner Will den fucking ab Und ich pisse auf ihr Fenster Leute kommen aus Hamburg Und machen mir auf Gangster Auf einmal wollen sie lutschen Weil sie wissen ich hab Money Heute springen sie auf mein Schwanz So wie Bunny Kopf ist gefickt wegen dem Praxikverein Ich mach es wie Sido Hol doch die Polizei Ich nehm euch nicht her Okay Okay Ja gut lass machen Ey was geht ab Tima Salam alaikum O alaikum salam O alaikum salam Gut lass uns mal von dem ganzen Dreck hier mal entfernen ja Und gehen wo Männer auch reden können ja Vielleicht da oben Ich weiß es nicht Äh ja klar wo sollen wir reden Wir können auch bei mir reden In der Villa In einer 17 Millionen Dollar Villa Da kann man quatschen Ohne Ausblick genießen Ne 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 warte ich hab das Ey natürlich Wieso denn nicht Wieso denn nicht Ja Dann können wir auch dann den Grill Anschmeißen Nein Ich bin bereit auf jeden Fall Okay dann fahrt uns Dann fahrt uns einfach hinterher Mach dich mal bitte weg Okay Das ist immer der Streich Steigt ein Jungs Die Tschetschenen kommen mit uns So dann äh Was ist unsere Funk nochmal Ähm Jungs fahrt jetzt bitte in die Kolonne Nicht dass die sagen Alter die Banner Musik Kriegen hier nicht mal in einer Kolonne zu fahren G Klasse fährt voraus Jeder fährt der G Klasse hinterher Und schnallt euch alle an Okay warte G Klasse noch ein bisschen Warte an der Schlange Warte an der Schlange Wartet auf Wartet auf die Tschetschenen Wie geht's dir Fahrrad Alles gut Ja mir geht's gut Bruder Ich hab ein bisschen Äh Probleme gehabt So ein bisschen gechillt Äh Aber eigentlich alles gut Alles gut soweit Ey Fahrrad Ich soll dir was von dem ausrichten Was denn Äh Receiver I code word Warte sind die Tschetschenen bereit Ja eine Audi fährt uns hinterher Von denen Ne die stehen da noch Die stehen da noch Die stehen da noch Aber lass mal kurz warten Auf jeden Fall Fahrrad heute Mittag Ich und Dima haben uns angefreundet Ein bisschen Okay Wir haben ein bisschen gequatscht Und da hab ich seine Nummer genommen Und ich wollte eigentlich das Treffen organisieren Weil ich meinte halt zu ihm Dass du mit ihm reden willst Trucker ich küsse dein Herz Bruder Bist du noch da Ich küsse dein Bruder ich hab deine 25 Euro Donnie vergessen Ja Wallah ich küsse dein Herz Bruder Bro hab heute mit Wetten aus 500 Euro 10k gemacht Liebe deine Streams Mach weiter so Banner leben länger Ich küsse dein Herz Bruder Bist du noch da Trucker Trucker Bist du noch da Bro Okay der ist glaube ich weg Der hat sich wahrscheinlich gedacht So ein Keck Digga Ich geb ihm 25 Euro Und der reagiert nicht mal drauf Ah der ist noch da Bruder ich küsse dein Herz Habibi danke für deine 25 Euro an der Stelle Ja Vielen vielen lieben Dank Bro Vielen vielen lieben Dank Trucker Ja ich hab so viel getrunken Ich hab schon fast 2 Liter fertig Ich hab schon fast 2 Liter fertig Ich hab schon fast 2 Liter fertig Mit Mark Kasan Kasan ist Erlebt sein Business Musikbusiness zu sehr Ich bin gleich da Aber mir gefällt das War gut wie das heute abgelaufen ist Sie sind direkt Jetzt hast du gesehen auf Befehl Bei den Bruder Schrein ist so Mengdenkutschein Schrein ist so Puta, Scherz. Okay, mein Lieber. Jungs, äh... Schreibt gleich alle F, wenn er kommt. Achhi, dankeschön, Habibi, für deine Nachricht. Ich würde auch sagen, check mal die Straßen, halt nicht, dass einer hier ungebetene Gäfte reinkommt. Aleikum salam, Habibi. Ihr habt ein wirklich sehr, sehr schönes Anwesen hier, ja? Ja, da siehst du mal, was man mit Rap alles erreichen kann, Bruder. Definitiv, vielleicht sollte ich mal auch in diese Musikbranche rein, ja? Ja, dann hast du auch endlich mal einen Receiver zu Hause. Diesen Receiver, ja? Ja. Warte, wo kommen noch zwei Fahrzeuge von Intertrain runter? Äh, ich glaube, es kommen noch zwei Fahrzeuge von euch. Ja, da kommen sie doch schon. Ja, ja, es kommen welche noch. Okay. Ja, Dima, ich habe mir das auf jeden Fall ausgerichtet. Ja. Mit dem Receiver. Äh, wo ist Fuchs? Wie sagt man hier in Amerika? Tiefgründige Diebst. Ja, ich habe mir überlegt, dass wir immer alle dasselbe ausgetragen. Tiefgründige Diebst. Die kann doch was, oder nicht? Aber gut, okay. Kannst du später beim Gespräch machen. Bruder, jetzt, pass auf. Bring die, zeig dir nicht mal. Obwohl ich zeig das Haus. Aber der Urus fehlt hier, Bruder. Jetzt, wie ich mit der Urus reflexen kann. Habibi, ich muss mich... Egal, komm. Wie soll ich das sagen, ja? Das kann ich ja gleich alles erklären, ne? Egal, scheiße. Natürlich, natürlich. Ich glaube, die Gäste. Und du was trinken. Und du was essen, Jungs. Danke für die Gastfreundlichkeit. Ich persönlich jetzt gerade nicht. Ja, kommt mal alle mit. Wir gehen mal oben an die Terrasse. Alles gut. Ey, Miami, mach mal heute dein Handy auf. Ich habe keinen Bock, dass da wieder deine Mama anruft und sagt, häng hier nicht mit Farud ab, Alter. Ja, ja. Das kann es nicht sein, dass die jedes Mal anrufen, Bruder. Du musst mal... Bruder, ich weiß, du vertraust darauf, aber... Bruder, das wird langsam hier ernst mit der Scheiße. Dimas RP ist krank, Bruder. Dimas RP ist krank. Hier links. Ja, weißt du... Diese Schiene, Bruder. Übrigens, der Champagner ist alkoholfrei, dass ihr Bescheid wisst. Okay, okay. So, jetzt muss ich auch hier kurz mein Handy auf stumm machen, damit auch hier keiner uns beim Gespräch stört. Sucht euch einen Platz aus. Genießt das. Ja, das ist gut. Genießt das Wetter. So was haben wir... nicht überall. So, Jungs, ihr könnt euch auch setzen. Nimm. Ja, Mama. Hey, scheiße, Alter. Ja, nein. Ja, ich chill grad mit ein paar Tschetschenen. Wir sind hier bei mir, im Zimmer. Nein, das sind keine Polen, das ist nicht Tschetschenen. Ach, Dima, Dima, vielleicht kennst du Dima, der ist ja... Ja, kennst du, kennst du Dima? Nein, nicht der mit dem polnischen Ausweis, der ist Tschetschenen. Äh, seine Mama, Bruder, die macht sich immer Sorgen. Ja. Ja, nein, Mama, ich bin nicht mit Farut. Nein, der ist kein Pastor, Mama. Ja, ja, Mama, ich kann jetzt nicht, gell? Ja, ja, ich mög mich später, tschüss. Nein, ich will nichts essen, tschau. Tut uns leid, das ist halt leider Kevin, äh, Miami, unser Muttersöhnchen. Aber der ist halt echt korrekt. Emo, danke für deine 100 Biss, Bruder. Was er wollte, Frau Parker. Scheiße, Bruder, erster Tag lang, ihr habt schon verkackt, was macht ihr? Okay, äh, einer von euch kann... Setzt euch mal hin, Jungs, ihr müsst hier nicht stehen, wir sind hier nicht bei einem Vortrag. Jungs, habt ihr ihn verboten? Ja, aber Mama, dein MP3-Player aus. Meinst du mich? Ja, Bruder. Hä? Oh, sorry. So, meine Freunde der Tschetschenen, ich hoffe euch geht's gut und ihr hattet einen schönen Tag. Auf jeden Fall, gestern ist mir was zu Ohren gekommen. Ist der Diego hier? Nein, der ist nicht hier, der ist Verband vom Viertel, ja? Der ist Verband, okay. Weil gestern hat er zu mir gesagt, ey, Farut, ich hab gehört, du sucht das Gespräch mit den Tschetschenen. Aber die sind nicht mehr da. So, jetzt hab ich mir natürlich Sorgen gemacht, weil ich hab natürlich tagelang gesucht, wo du bist. Ja. Es gibt ein Anliegen, Dima. Ich hab davon gehört. Lass uns diese Thematik ein bisschen tiefgründiger detaillieren, ja? Ich bin bereit dafür. Lass uns detaillieren, genau. Ähm. Wie ist euer Draht zu der GmbH? Seit vier Wochen schlagen wir uns wie Neandertaler gegenseitig den Knochen auf den Kopf. Und heute wird ein, ähm, ja, Gespräch seitens Sheriff, äh, kommen, ja? So war das letzte Telefon vor etwa zwei Stunden. Das ist aber komisch, Sheriff hat mich heute auch zu einem Telefongespräch gerufen. Interessant, okay. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich hab ja letztens meinen Track rausgehauen, Sturmmaske ab. Und da hab ich auch den Sheriff gedist. Und die sind jetzt ein bisschen abgefuckt. Wir bekriegen uns auch. Das Problem ist allerdings, der Sheriff, der ist zwar ein bisschen so eine Sache, aber er kann uns bei vielen Sachen helfen. Denn diese Spaltung hier in dieser Stadt, die sind gefickt, Bruder. Wir müssen einen Lösungsvorschlag finden. Und ich weiß... Warte, 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 über welche Spaltung redest du? Äh, GmbH mit Cousins, GmbH mit Tschetschenen, äh, Vargos mit gefühlt jedem, Banner Music gefühlt mit jedem. Diese Stadt ist nicht mehr das, was es mal war. Das Wort, was Gewicht haben sollte, ja, ist drittrangig, nicht mal zweitrangig. Werte, die ich vermittel, ja, werden wie mit Füßen getreten. Keiner kommt entgegen. Keiner kommt irgendwie was mit irgendeinem Kompromiss. Jeder muss einen roten Stirnband um den Kopf tragen und Mann sein. Bei jeder Situation, Mann sein, Brust zeigen. Habibi, diese Kriege, die ich jetzt seit zwei Monaten führe mit sämtlichen Parteien. Meine Knochen sind müde. Führt den alleine. Also, ach, du willst gar nicht mit beim Bekriegen mitmachen, hast du gesagt. Gegen wen? Ja, das ist ja das, worauf ich jetzt hinaus will. Hör mal zu. Gestern hat mir, äh, der Schabern, der hat jetzt einen Vertrag klar gemacht. Banner Music hat ein, äh, Signing hier in der Stadt. Okay, also offiziell gibt's in Amerika jetzt auch Banner Music, nicht nur in Deutschland. Und auf jeden Fall haben wir gedacht, du hör mal, wir haben zwar Lust, äh, Stress anzufangen, weil das ist unser Motto. Stress mit jedem. Aber, mit Kopf. Jetzt haben wir gedacht, okay, schau mal. Da sind Leute zu uns gekommen. Die haben gesagt, Bruder, wixi, äh, Chichin weg, wir geben euch Geld. Wir sind natürlich drauf eingesprungen. Aber jetzt machen wir das alles mit Kopf. Jetzt ist die Frage. Was machen wir? Sollen wir uns mal alle zusammen hinnocken? Sollen wir, soll ich mal die GmbH rufen? Soll ich mal, äh, wen gibt's noch? Die Leute mal zusammen rufen. Vielleicht können wir uns hinnocken und an einem, äh, Strang ziehen. Du kannst ja deinem Auftraggeber sagen, Erstmal kannst du das schöne Geld annehmen. Das würde ich dir raten. Geh zu dem Auftraggeber, der das gesagt hat, dass die Chichin gebrettet werden müssen. Nimm das Geld an. Nein, das nicht, Pi. Und dann sag einfach, dass du uns gebrettet hast. Ich kann damit leben. Juckt mich nicht. Das hier das Geld ist mir scheißegal. Ja, aber es geht trotzdem darum, dass man hier mal was auch machen muss, Alter. Man muss ja hier nicht gefühlt immer jeden will. Also gefühlt hat hier jeder mit jedem Stress. Aber darum geht es doch hier, oder? Hm. Was können wir machen? Wir brauchen, äh, Vorschläge. Ich hab das Geld auch schon, ich weiß. Wer ist denn der Auftraggeber gewesen? Äh, ja das kann ich nicht sagen. Na gut, okay. Alles gut. Ist Business. Ist Business, genau. Ist Business. Okay. Ist Business. Aber, wie sieht's aus mit den Feldern? Also ich würd sagen, Gras. 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 Gras ist... Ich bin jetzt ehrlich. Ich bin von Gras oder sonst was. Kann ich dir nichts mehr antworten. Ich weiß davon gar nichts. Okay. will ich jetzt zum ersten Mal, dass es irgendwelche Grasfelder hier gibt. Das letzte Info war, dass es irgendwo abgebrannt wurde, ja? Ja, ich glaube irgendeiner hat wieder angefangen so Sachen zu bauen, so Plantagen und so. Das ist eine Information, damit kann ich jetzt auch arbeiten, ne? Weil eine Plantage wurde auch abgebrannt. Und das ist das Kokainfeld. Genau. Fuchs, sag mal was dazu. Fuchs. Red mal ein bisschen. Lernt euch mal kennen. Ja, also ich stelle mich vor vorraten. Zunas Fuchs ist wahrscheinlich noch von der E1, wo ich eine schwarze Kuppe mit Fuchs und T-Shirt gefahren habe. Rucker, ich küsse dein Herz, Bruder. Die trage ich unter der weißen Bombe. Die Kuppe ist immer noch angekleben geblieben. Ich küsse dein Herz, Bruder. Vielen Dank für deine 50 Euro. Kleine Döner, Habibi. Wie immer geiles RP, küsse dein Herz. Ich küsse dein Herz, Bruder. Vielen, vielen lieben Dank, Habibi. Vielen, vielen lieben Dank. Ich küsse deine Augen. Wir haben uns jetzt Banner Music angeschlossen, weil wir das wahre suchen. Du sollst wissen, Fuchs liebt Frauen. Aber was Fuchs mehr als die Frauen liebt, ist Geld. Sobald Fuchs Geld sieht, Cash sieht, da wird ihm ganz saftig und ganz schummelig um den Mund. Und jetzt ist die Frage, womit machen wir unser Geld am besten? Ich weiß, wir haben unseren Goldrapper Farod an der Front, der uns jedes Mal eine Platinscheibe in die Villa holt. Aber wir wollen auch Geld machen. Und die Frage ist jetzt, was machen wir? Wir haben uns überlegt, die Grasplantage zu übernehmen. Aber um ehrlich zu sein, wissen wir noch nicht genau, wo die sich befindet. Wir haben gehört, die alte ist abgebrannt. Es gibt eine neue in der Stadt. Okay. Aber wir müssen noch was finden, wo die Maier ist. Verstehen. Wir können das weiter zusammenfassen. Seid Brüder. Musstu ist zumindest ein Bruder von mir. Oder egal worauf die zocken. Ob der oder wie oder so. Interessiert uns nicht, Bruder. Interessiert uns nicht. Du machst wieder eine alte Narbe auf. Aber vielen, vielen Dank. Danke dir, danke dir. Die Vergangenheit holt immer einen ein. Aber kommen wir zum Thema Geld. Wie sieht das aus? Wie mit der Grasroute ist oder sonst was, kann man natürlich behilflich sein. Das Interesse jetzt irgendwie da tätig zu sein. Ja, besteht aber nicht, dass wir als Tschetschenen jetzt die Hand drüber halten können. Nehmt euch das Ding. Wir können euch da unterstützen, das Ding eventuell ausfindig zu machen. Und wie ihr dann miteinander, wie ihr mit dem Feld verfährt oder sonst was. Das liegt dann halt komplett in eurer Entscheidung. Andere Parteien nehmen Lizenzen drauf ein. Ich würde am besten ganz ehrlich Leute drauf arbeiten lassen. Mitarbeiter drauf arbeiten lassen. Und wöchentlichen Beitrag von sämtlichen Parteien einnehmen lassen. Die ihr da überhaupt erlaubt hat, Fuß zu fassen. Wöchentlich sollen die abdrücken. Ganz einfaches Ding. Richtig, richtig, richtig. Das werden wir natürlich auch so machen. Aber wir müssen erstmal jetzt schauen, wo dieses verfickte Feld ist. Und meine nächste Frage ist, ich weiß ja, wir haben früher das Kokainfeld mit Red Light komplett in unseren Händen gehabt. Und da kam nochmal so eine Summe bei raus, die musste man vorher immer waschen, bevor man damit einkaufen gehen konnte. Wer kümmert sich jetzt gerade um die Geldwäsche? Die GmbH. Okay. Nein, nicht nur. Nicht nur, okay. Mokro, GmbH, El Grande. Ach, jetzt haben wir sogar drei Familien, die da Geld, die Wäsche aufhängen oder was? Ja. Bei einer bin ich noch unschlüssig, ja. Aber diese Witzfiguren nehme ich nicht ernst, ja. Das sind Schachfiguren, Bauern für mich, ja. Ich weiß nicht, welche Branche die Picky Blinders verfolgen, ja. Muss man vielleicht noch im... Nein! Ich ziehe zurück. Vielleicht noch diese Partei Falcone. Falcone? Ich glaube, Picky Blinders gibt es nicht mehr. Aber ich habe noch nichts von denen gehört. Falcone, ja. Das sind Parteien, an die, das sind so eure, ähm, zukünftigen Geschäftspartner, die dann für euch, äh, die Scheiße waschen werden, ja. Hör mal, das Falcone, das hört sich auch wieder auf die Serie, verdammte Scheiße. Ja, schönen Tag, äh, Banger Music, wie geht's dir? Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ey. Ganz gut, wir kommen später, wir haben ein Gespräch, danach kommen wir. Hahaha. Okay, schau. Äh, okay, also die, äh, Mokros, die haben wir gestern schon kennengelernt, und, äh, 10-15 Minuten. Ja, also, äh, ich sag mal so, die waren schon so freundlich und haben uns schon das Geld bis an die Hostio geliefert und, äh, ich denke mal, das werden unsere nächsten Ansprechpartner sein. Renu, gönn dir, ich küsse deine Augen, habe ich will. Aber, damit hast du uns schon sehr viel geholfen. Also, ich, äh, in Zukunft sollst du wissen, äh, Alles gut, Sascha, sowas musst du nicht löschen, Bruder. Jeder weiß, die werden auf Wande wieder zurückkommen. Weil, äh, du weißt ja selber, wir kicken immer jetzt paar Sechzehner in der Boof und damit das alles bisschen flüssig läuft, brauchen wir halt paar Joints. Und, äh, um die will ich mich jetzt selber kümmern, dass wir die selber anbauen, damit das beste Zeug auch zu besten Songs führt, weißt du? Natürlich, natürlich, aber wenn Mokro, ja, dir das Geld schon bis an die Haustür liefert, ja, dann sind die doch auch bestimmt die ausgewählte Partei, mit der ihr eventuell das Gescheißbeziehung eingehen solltet, denn... Ey, Farod! ...die Prozent, außer diese 17 Prozent, die dann irgendwie... Verdammte Scheiße, komm und helf mir, Mann, die ganzen Kopf waren ganz krass auf mich. Aber ansonsten, äh... Beschuldige mich, bin meine Mase-Bank, startlos, Tantos! ...indem der einfach auf Null gesetzt wird. Komm, verdammte Scheiße, hier ist alles losgebadet! Vollträglich um mein Nachbar schon geklappt, verdammte Scheiße, Mann! Und du bist immer noch am Lachen und am Essen! Überalllachen machst du immer mit dir am Ruf und du lachst und du isst! Wo bist du, verdammte Scheiße, Mann? Äh, ich bin gerade in der Villa, Kampf, komm! Du bist gerade in der Villa, Eierschauken oder was? Ja, kannst du hierher kommen? Was macht ihr da in der Villa? Wir haben gerade ein Gespräch mit Chechen, kannst du herkommen, Bruder? Du hast ein Gespräch mit Chechen, ich habe gerade den Diego gesehen, der Vollidiot! Diego ist... Ey, Dima, sollen wir dir Diego herbringen? Was hat er gemacht? Was hat Diego gemacht? Warte, hat einer von euren Männern jetzt diesen Mann? Ja! Ja, der hat ihn. Ja, kann er ihn bitte mit einem Baseballschläger kurz bearbeiten, bitte? Du kannst Diego mit einem Baseballschläger bearbeiten, Bruder! Okay, Diego, komm her, du Stück Scheiße! Bruder, ich bin im Gespräch, ruf dich... Mal bist du mit Ernesto, dann bist du mit den Chechenen und heute kriegst du einen Kopfschuss, du bellerns Arschloch! Ich bin froh, dass die Cops hier stehen, Hakan! Ey, wie heißt du, Hakan? Ich ruf dich zurück, ich bin im Gespräch, das wird unhöflich! Äh, pass dich, pass dich, bis später! Bis gleich! Entschuldigung, Jungs, ich musste kurz da rangehen! Warte, wir sind jetzt auf den Bengel jetzt wiedergekommen! Sorry! Äh, Jungs, passt mal auf, sorry, dass ich euch unterbreche! Äh, mich hat grad Schaban angerufen, und er hat gemeint, er sucht das Gespräch! Also, Sheriff sucht das Gespräch! Wie wär's? Wie wär's, wenn wir alle zusammen da mal hingehen und mal jetzt dort in der Playboy-Villa quatschen? Okay, komm, lass uns! Let's go, Jungs! Alle dahin! Und danach machen wir dieses Thema Geschäft dort dann weiter, Fuchs! Let's go! Das wird jetzt interessant! Ja, ja! Das wird jetzt interessant, Moruk! Boah! Das wird jetzt geil, Alter! Die GmbH, GmbH und Tschetschen haben grad richtig Beef und wir gehen jetzt da alle mal hin! Boah, Moruk, das wird jetzt geil! Jetzt bin ich gespannt, Moruk! Jetzt bin ich gespannt! Rino, auf jeden Fall! Ich küsse dein Herz, Bruder, aber pass auf dich auf, fahr vorsichtig! Ja, konzentriere dich auf die Strafe! Ey, auf die Straße! Para! Yes, Salami! Danke für deinen zweiten Monat, Bruder! Was geht Prime-Abo eigentlich? Was geht Prime-Abo eingelöst? Ich küsse dein Herz, Para! Danke für dein Prime-Abo, Habibi! Jetzt wird's interessant! Alle anschnallen! Am besten, jemand gibt mir im Navi ein, weil... Vergisst nicht, euch alle anzuschnallen, Jungs! Warte, ich zeig dir, wo die... Schau mal, die ist da, da, hier gleich bei der Garage hier! Das ist nicht weit! Unigarage, Bruder! 7, 0, 3, 8! Mach mal die Markierung verkraft, dann kann ich die markieren! Ja, ja! Wartet auf die Tschetschen! Ja, Bruder! Äh... Hier! Hier ist das! Genau! Ja, jetzt schimmeln alles, ne? Scheiß auf Urus! Jetzt wird's interessant! Jetzt wird's interessant! Ich bin jetzt echt gespannt! Warte kurz, Bruder! Warte auf die! Die sind noch nicht bereit! Warte hier auf der Straße! Ja, Tschetschen machen echt gute Selfie! Morgen der Gianni ist so witzig, Mann! Nur zwei Autos haben wir! Jungs, seid ihr alle ready von uns? Na, kommt noch ein Motorrad wieder! Jo! Wir sind noch an der Villa! Wir kommen jetzt raus! Okay, sagt, wenn ihr bereit seid, die wo noch rauskommen! Wir sind ready! Okay! Okay, let's go! Let's go! Boah, Mordok! Mit Johnny! Ich weiß nicht! Johnny ist... Johnny ist halt diese... Zum Witzig-RP machen, Mordok! Ich feier das voll, Digga! Wallah, ich muss deine Nummer unbedingt speichern, Digga! Ich vergesse das jedes Mal! Barut, Bruder! Ich habe heute 60.000 gemacht! Echt denn mit was? Mit Würfeln, Bruder! Boah! Krass, Alter! Bruder, das hat richtig Spaß gemacht, Alter! Ja, das glaube ich dir, dass das Spaß macht! So, ich muss mal hier nochmal kurz... So! Hallo, Farod! Ey, Johnny, wir fahren jetzt zu der Playboy-Villa, zu der GmbH! Warte mal kurz, wo bist du denn eigentlich gerade? Da bei der Playboy-Villa, Bruder! Ich weiß nicht, wo die Playboy-Villa ist! Pass auf, ich bin eigentlich auf dem Weg zu dir! Du bist doch ein bisschen ganz nach links in der Landkarte, wenn ich hochfahre, oder? Ja, aber wir sind jetzt gleich bei der Playboy-Villa! Schau mal, das ist da bei... Jungs, sag mal kurz die Postleitzahl, dass der Johnny auch kommen kann! Ich hab' sie mir grad nicht gemerkt! Moment! Warte mal kurz! 7-0-4-2! 7-0-4-2, Bruder! 7-0-4-2! 4-2! Die legt ja die ganze Zeit auf! Nein, nein, nicht rein! Nicht rein! Nicht rein! Nicht rein! Ich bleib roup dir sozuregen, und... 7-0-4-2! Andere Eingang 7042 genau hey Johnny oder wir nehmen dich hier ist gerade ein ernstes Gespräch oder mach nicht nein Bruder das wird jetzt ein ernstes Gespräch jetzt musst du serious bleiben ja ich komm und ich werde serious mein Finger in den Ohren von den jeweiligen reinstecken ich komm jetzt genau bis gleich fahrt rein fahrt rein Jungs fahrt rein willkommen Bruder bisschen luckig muss immer sein Bruder was auch sonst ich bin jetzt echt auf die Reaktion gespannt von GmbH wenn die die TG noch sehen Bruder Bruder die sind im Krieg Bruder ich weiß ich weiß ich glaube hier ist einer im Auto in der G-Klasse links noch nicht aufzeigen ja alles gut ja zu spät jetzt komm jetzt wird es interessant oh was geht ab was geht ab Jungs und danke für dein Abo ich kiss dein Herz mach doch eine schöne Linie guten Tag ja guten Tag wie geht's ja uns geht's eigentlich richtig gut ich hoffe euch geht's auch gut ich hab euch auch ein Gast mitgebracht wie geht's alles gut bei dir gucken wir mal wie der Tag heute enden wird ich würde es schon feiern wenn da jetzt ein fettisches da reinkommen ja wollen wir denn mal reingehen oder was ja dann lass uns doch reingehen in die große Villa von Sheriff sind wir am besten sind wir am besten 1-2 Leute weil so viele ist zu viel nicht dass die sich hier aber draußen bekriegen nein nein ich hab schon mit meinen Jungs geredet alles gut da waren an uns aufgeklärt und wir kriegen das schon alles gleich hin ok dann gehen wir mal rein komm komm also nur ich Dima du ja komm braucht jemand was zu trinken Jungs alles gut danke ja ja der ist hinten im Pool der vergnügt sich wer ist da hinten sag schau mal dass er reinkommen soll ey Fuchs komm du auch Bruder ich brauch dich Lama komm mit Lama alles gut hey Jungs für euch das wäre schon geil wenn jetzt mal eine miese Schießerei losgehen würde ich weiß nicht was davor ist ich weiß es nicht Bruder soll ich ehrlich sagen ich hab auch keine Ahnung aber was ich hab ehrlich gesagt auch keine Ahnung man aber egal Bruder lass uns diese Scheiße vielleicht vielleicht wird ja was gutes rauskommen wir müssen ja nicht immer für alles einen Plan haben egal wenn ich falle dann falle ich werden man dann ist das genau setz euch setz euch setz euch feiert ihr diese Serious RP warte kurz ey Fahrrad kann Johnny auch rein warte ich komm hier so setz dich hin äh ja Bruder warum nicht muss auch mal sein ne warum nicht komm schabern oder nicht oh das wird lustig ich hoffe er hat den Schlauch selber zu Hause gelassen ja ja drinne okay freut mich dass es euch auf jeden Fall auch gefällt das ist auch sehr wichtig weißt du mir ist ja auch eure Meinung wichtig ist geil Serious ja kommt halt drauf an wie man Serious macht so bei mir ist hier zum Beispiel Serious ich will bisschen auch Lachkicks nebenbei drinne haben so ich kann nicht 100% Serious weißt du ja ich nehm ja mal hier so ein Abfall wenn das okay ist ne ich hätt gern Foss Wasser habt ihr das da Foss Wasser? ja habt ihr Wasser da könnt ihr einmal Wasser bringen aber von Foss vom Foss ja hey hallo und schönen guten Tag hey was geht's schönen Tag wie geht's dir Fahrrad war alles gut? hey Johnny man hey mein bester alles gut Sheriff ja ja die hat aber einen geilen Hintern tötet bitte diesen Jungen warum er hat gerade gefragt ob ich mir sicher bin ob er mich auf dem Rücken tragen soll oder nicht wie wagt er ist sich zu fragen hey hey wer ist das wer ist das hey warte bleib hey Johnny bleib ruhig Johnny bleib ruhig Johnny ist sowas wie Jack Johnny ist sowas wie Jack ich bilde ihn auch aus weißt du er braucht noch bisschen ich liebe Johnny lad Amit das ist dein Onkel Amit ich als dein Onkel ja komm bitte nie wieder auf die Idee und sei nie wieder so respektlos und frag mich nicht ob ich sicher bin oder nicht verdammte Scheiße wenn ich schon mit dir kommuniziere dann sei dir sicher ich bin mir sicher ja ey Mädchen willst du dich auch vielleicht aufsetzt ey ich mein neben mich treffen lass dich drücken neger Barut 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 Ah ok die konnten mich nicht mal umziehen Einfach Bunny Lam Mann Mann, Banni, du siehst echt gefährlich aus Geh zur Seite Mann, Haram Das ist irgendwie ein Kompliment oder? Ja gut Banni dann stehe uns mal hier nicht beim Gespräch geh mal in die Küche und bringen wir hier Fasswasser bevor ich hier noch behindert werde Mann das reicht doch langsam Fasswasser Fasswasser Müll ist es nicht in der Eski? Ruhe Ruhe jetzt Wir distanzieren uns von Haus also Adana Kebab Adana Kebab Adana Kebab ich höre hier in der stadt und das leider gottes ganz ganz traurig der irgendwelche seltsamen nachrichten von irgendwelchen drittparteien die zu mir sagen hey die gmbh sucht fahrut hat mit irgendwelchen wilden jungs auf die gmbh geschossen und so bla 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 nun das wollte ich alles nicht wahrhaben lange rede kurzer sinn gestern treffe ich fahrut fahrut sagt zu mir schabern bei mir läuft dank die millionen die du investiert hast in das geschäft es rennt hat er gesagt nun er hat seine 20 leute aufgrund seines charismas natürlich anziehen können und hat eine stabile truppe sei es von rappern bis zu killern und er wollte sich in den einigen geschäften weit machen nun da nämlich natürlich als ein ehemaliger lude drogen baron und alles andere ja da hat er mich gefragt und sagte ich will da fuß fassen wie kann ich das am besten machen keine ahnung der libanese das kannst du mit dem mutter ich habe da keine ahnung direkt zum entschluss gekommen dass sheriff in frage kommt aber kein überblick bei den all das was ich hatte sheriff übergeben ab verdammte kacke aber nun kommen wir zur traurigen stelle da sagt der faru ich glaube da ist nicht gut auf mich anzusprechen und ich sage ich glaube er weniger dann sehe ich jetzt ein sheriff und verdammte scheiße wartet da sagt der sheriff zu mir ja es stimmt blut tot und rache zwischen uns da kannst auch du nichts machen schabern sagt er ist nicht meine musik sagt halt stopp halt stopp bevor es nicht zu diesem gespräch kommt wo ich euch beide schmutzstücke einmal daran erinnern möchte dass ich die schere verdammte scheiße aus der heimat holen musste weil du verdammte kacke eine abschiebung in europa hat ist und du hattest hiermit eine neue möglichkeit und die habe ich dir gegeben nicht damit du meinen ehemaligen freunden in den arsch tritt verdammte kacke und die faru möchte ich daran erinnern du marokkanische flüchtling aus europa in die charts sag ich nur mehr will ich nicht sagen und da möchte ich auch bitte dass du auf diesem weg den du geebnet hast ja auch respektvoll mit den leuten umgehst die das überhaupt ermöglicht haben dass ich diese millionen verdienen konnte dazu zählt auch ein hugo der zu meiner linken sitzt und der baba da hinten rechts der die tür bewacht so deshalb ab heute geht ein zwischen euch beiden und zwar höchster respektvoller umgang so das sorgt dafür dass sheriff ja weiterhin ein geschäftspartner gewinnt und einen familienfreund und genauso wird das dann passieren dass faru endlich in der drogenbranche fuß fassen kann verdammte scheiße und das weil er einen lexikon namens sheriff an der seite hat also für die gmbh für banner music verdammte kacke und nichts anderes man haben wir das verstehen das ist kritisch von meiner seite aus natürlich ist ja auch hier meine meinung gefragt oder ich bin hier nicht immer hier nicht so eine generalfall macht das alles was du sagst dass ich doch auch eingehen muss ich habe ja schließlich auch hier eine freie wahl also wenn ich sage jetzt meinen jungs da draußen wir möchten das nicht eingehen dann gehen wir das nicht ein aber wie du gesagt hast geschäft ist auch wichtig geschäft ist auch wichtig und deswegen habe auch habe ich auch die tschetschen mitgebracht damit hat auch mal hier vom tisches wie der apfel gleich den ich essen werde oder mich wo ist das gerade cringe folgendes ich muss nicht in jedem gespräch der gesprächsführer sein verdammte scheiße ich würde auch gerne was sagen sheriff mein lieber wir kennen uns noch aus alten zeiten und zwar bin ich jetzt unter anderem die rechte hand von faroud und kümmere mich ein bisschen um die geschäfte und wie du mitbekommen hast ist banner music mit einem brutalen hits wenn ich sogar schon zwei brutale hits an die an die charts gegangen und wir sind in der musikbranche tätig und passend zu der musikbranche weißt du ja wir brauchen wir auch eine ein passendes publikum um die musik den leuten näher zu bringen und da ist uns eingefallen das war haben wir machen was wäre doch der ideale ort für uns um unsere musik an die halt stopp dieses thema bahama bahama weiß ich ganz genau dass er schon mal auf dem tisch lag und ich sagte 1 2 lieber genauso wie ich die millionen in die gmbh genauso die millionen in das bahama bahama und in bändermusik investiert habe ja und denen nicht zustande kommen wird wird auch den bändermusik den bahama bahama nichts passieren so wenn ihr euch darauf einigt ja und das passiert mit sheriffs seiner erlaubnis nun aus dem grunde wer zuerst kommt der mal zuerst aber du hast du bist immer aussprechen man hat ja nicht vor gehabt war mama zu übernehmen ich möchte auch nur sagen dass das diese problematik gab so klar natürlich ich weiß ganz genau ja es gibt einige leute diese denken sie wir machen da mal kurz in fickerei und so aber das ist ja nicht ziel des gesprächs deshalb ich habe das auch schon vorhin zu scherriff gesagt diesen schuppen da da bin ich mir ganz 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 sicher und ich habe mich schlo gemacht in der stadt ich habe gefragt den gehört dann dieser schuppen und ich sagte ehrlich viele haben gesagt der schuppen steht sowieso nur leer der wird kaum benutzt und als ich dann mein fuß da reingesetzt habe kam auf einmal von der seite das gehört doch der gmbh und ich wollte jetzt kein kriegsfeil oder sonst was auch machen ich habe mir nur gedacht das kann ruhig euch gehören oder sonst irgendwas aber wenn der laden sowieso schnell steht dann lasst doch die bändermusik da ein bisschen leben reinbringen und den laden wieder auf vordermann bringen und wie gesagt wir können ja den ein oder anderen song präsentieren und vielleicht ziehen wir damit die ein oder anderen kunden ran und wie verdienen beide an dem geschäft das wäre doch was uns beiden entgegen kommen würde wo wir haben den laden übernommen also wir haben den laden genommen wir haben aber nach diese partys haben wir sehr viel ärger jetzt hier in der stadt gehabt mit mehreren familien ja ich freue mich was draußen gerade abgeht konzentrieren konnten überhaupt da welche partys weiter zu schmeißen jetzt versuchen gerade alle baustellen ein bisschen zu beseitigen dass wir normal wieder unsere party schmeißen können auch unser autohandel wieder weiter verbessern können ja aber mit dieser sache habe ich auch zu schabern gesagt man kann immer mit uns reden wenn ihr sagt ihr wollt ihr heute rein da kann man immer darüber reden ist kein problem ja so aber wir haben halt diesen laden genommen wir machen unsere feierster normalerweise jedes wochenende machen wir da eine sache nur wir hatten als sehr viele probleme jetzt gerade sehr viele baustellen das weiß auch die mal das weiß ja auch ihr und auch die cousins also wir haben sehr viele baustellen mit jedem noch mit oben drauf so gefühlt die ganze stadt okay schau mal das geschäftliche können wir besprechen aber ich bin auch jetzt nicht umsonst gekommen man ich bin ja auch nicht umsonst gekommen ich schließlich habe ich hier auch besuch mitgebracht wie ist der draht wie ist der draht zwischen euch und den tschetschen deswegen bin ich hier auch gerade mit die mal und rad mein draht zu die war immer war immer sehr gut wir haben gute gespräche gehabt das weiß die mal auch selber ich habe versucht auch sein wunsch damals zu erfüllen dass er wollte an eine größere waffe rankommen ich habe den kontakt für ihn aufgebaut bin urlaub gegangen ich komme zurück ist hier eine riesen baustelle mit die tschetschen das war eigentlich normalerweise ist es in einem kleinen gespräch eigentlich erledigt gewesen aber die haben eine sache gemacht die haben einen sohn reingepackt zwei dreimal haben ihn angeschossen habe ihn versucht paar sachen zu erzählen die er sagen soll so das sind ein paar sachen wo ich gesagt habe es geht nicht so weiter da habe ich halt ein statement gesetzt so und hat versucht halt den weg wieder richtig zu finden die man hat mich heute angerufen wir haben ein gutes gespräch gehabt wir wollen treffen und wollten das aus der welt schaffen hier immer zu sheriff bei allem respekt du bist ja du bist eine große nummer ich möchte auch nicht ins wort war ich habe auch hier gerade nicht gefragt was alles mit eurer vergangenheit weil ich denke an die zukunft und was alles da war was wieder gemacht habe das interessiert mich nicht ich möchte wissen wie man hier mit den tschetschen zusammenarbeiten kann wieder vielleicht so so ein dreieck es wird ich meine warum fragst du dann am anfang des gesprächs was war zwischen euch ja wann das verstehe ich das habe ich niemals gesagt da ist du dich auf jeden fall habe ich auch eine lösung wir haben gesagt ja genau wir finden wir müssen eine lösung finden die man muss doch auch mal betreten wurde überlasst ihr nicht über mir das sprechen ich kann das ganz einfach machen ihr überweist uns einfach bei 50.000 und dann ist frieden zwischen uns oder der bruder soll weiterhin deine rechte hand bleiben aber definitiv nicht ein außenpolitiker man das macht so wenn fuchs sagt 50.000 dann kann man ist ein mensch man nennt ihn auch hier bei uns den mister krebs er fixiert sich aufs geld und dank ihm hängen auch also natürlich hast du auch ein teil beizutragen schabern das möchten wir natürlich nicht vergessen aber durch fuchs haben wir auch hier millionendeals bekommen weil er an das geld denkt aber das war gerade ein falscher gedanke 50.000 von jemanden zu fordern wo der millionen rauskommen pass auf der fuchs mag auch wirklich ein fuchs sein auch ein geldorientierter mensch nun damals als wir geboren worden die gottdorfis der fuchs ist die wahrheit schweigt wenn das para spricht habibi deshalb bei uns ist den imann alles para alles para habibi verstehst du es geht nur noch um geld ich hab an ich glaube johnny johnny sollte auch mal hier der ist ja hier gerade johnny ja johnny bruder schau mal hör mal zu ich erkläre dir mal ganz kurz also chichen haben stress mit gmba wir haben stress mit gmba aber gmb hat kontakte und können uns bei einigen sachen behilflich sein was hast du zu melden wurde ich mich auch mal deine version herrn was würdest du vorschlagen meine version ist ein bisschen kompliziert ich denke immer an shakespeare er hat mal in dem buch geschrieben hätte die waage unseres lebens nicht eine schale von vernunft um eine andere von sinnlichkeit aufzuwiegen so würde unser blut und die bösartigkeit unserer triebe uns zu den ausschweifendsten verkehrtheiten führen also ich gehe davon aus dass die gmbh genau weiß was sie macht genau die weiß was ich nicht so und die gmbh spielt manchmal leute gegeneinander aus um natürlich an ihre ziele anzukommen aber du weißt dass schaber und viel investiert hat das ein bisschen kompliziert die ma willst du was dazu sagen mich interessiert eigentlich ist eigentlich nur dieses sogenannte dreieck zwischen diesen drei parteien dieses dreieck hat dir hat dir gerade gefallen hör mal zu jungs ich habe eine krasse idee wie wir diese ganze stadt auseinandernehmen ohne dass hier irgendein kleiner bastard hier dazwischen kommt hört mal jungs hört mal zu jungs kennt ihr dieses dreieck mit dem auge ja ok ok wie haben wir heute wir haben den vierzehnten vierten 2021 0 uhr 45 und genau jetzt sprechen wir das thema an und es liegen hier zwei bananen also zwei bananen und jetzt jetzt kommt das härteste jungs jetzt kommt das härteste wir haben wir haben schottmarschabern sein auge schottmarschabern er hat nur ein auge offen was macht das zusammen 14 4 2021 0 uhr 45 wir sprechen das gespräch an es liegen drei bananen auf dem tisch drei für dreieck und ein auge von schabern was heißt das jungs sind überall und was ich euch damit sagen will was ich euch damit sagen will wie wäre es wenn wir uns einen namen machen hier in der stadt wir drei haben ein ein ziel wir wollen alle geld war rot bei allem respekt zwei von drei parteien haben schon einen namen in der stadt der einzige der keinen namen in der stadt hat bist du nein 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 wer sagt dass dass wir keine wenn ich einen funkspruch gebe dann wichsen wir alles weg hast du verstanden wir wichsen alles weg hast du verstanden ich habe an sowas will ich hier nie noch mal hören warte mal du willst sagen du willst sagen wir sind nichts ich verdammte scheiße wenn du noch einmal so was sagt dann ziehe ich jetzt meine männer zurück und mache heute hinbeweis ich öffne einen krieg gegen die ganze stadt 5000 banner music stehen auf 5000 banner music das war natürlich nur sarkasmus verdammte scheiße ich bin der ehrenmann der in deiner abwesenheit vor 20 minuten noch zur sheriff gesagt hat dass du dich die letzten was weiß ich tage oder wochen gut aufgebaut hast ja und dass das was du machst auf jeden fall potenzial hat verdammte scheiße so rede ich hinter deinen rücken ja nur zu info wenn du sagst dass du stabile männer um dich herum hast und damit meine ich nicht unbedingt fuchs glaubt mir doch doch wuchs einer der stabilsten leute hat mich gemeint richtig ich schwöre eine bessere bank das war natürlich also noch mal sarkasmus gerne so wie der die man sagt das dreieck ist wichtig ja und ich weiß auch ganz genau was die man damit meint und damit wir auch die sache mal hier abrunden ganz easy peasy sache mann okay war eine sekunde faroud seine gang ist ein vorschlag von mir die man und sheriff wissen ungefähr worum es geht nicht weil du keine ahnung hast sondern weil die länger jetzt im geschäft sind wisst ihr was ich einführen will barot seine gang mischt oben bei den feldern mit ja genau wie müsst ihr unter euch abmachen dass die tschetschen zusammenhält gegen die anderen seiten und die ganze geldwäsche macht ganz normal auf seriös sheriff weiter abis genau und tschetschen machen helfen uns auch dabei das heißt das grasfeld wird nur wobei soll er dir helfen soll er die south side machen oder dir noch helfen du verstehst meine intention nicht ich rede gerade von diesem dreieck bruder dieses grasfeld wird nur mir und den tschetschenen gehören also banner music und den tschetschenen sonst darf da niemand drauf bruder das meine ich doch aber währenddessen muss doch er noch in der south side das ist nicht so einfach wie du denkst bei ihnen klopfen höchstwahrscheinlich jede woche irgendwelche leute an und sagen ja egal bruder wir machen ich weiß nicht wie das genau da aus sie werden so schnell übernehmen dass die lege sind durch afroamerikanischen links muss ich mich schon durchsetzen verstehst du und da muss er seine kraft hinsetzen so und du musst den action machen oben auf dem feld und dann teilt ihr euch das da kommen wir dann wieder auf zum endergebnis zu dem was du sagst ok also dann passt das doch dann hätten wir das doch auch geklärt oder was sagst du fuchs ja also ich sag ehrlich ich sitze hier schon gefühlte fünf minuten und zehn minuten und ich kann euch einfach nicht folgen ich weiß immer noch nicht warum wir hier sitzen was das ziel des ganzen ist dass wir mit den tschetschenen uns getroffen haben das haben wir eh schon auf eigene beine geschafft und das gespräch mit sheriff hätten wir auch früher oder später gesucht aber was ich noch wissen will wenn wir schon mal hier sind ich habe gerade mitbekommen du machst die geldwäsche stimmt das immer noch wie früher genau ja wenn wir schon mal dabei sind können wir doch mal über zahlen sprechen jetzt mit seinen zahlen an mann agrieren und am fuchs ja wala denkt nur an geld lang nur an geld denken der guten ende kommen jetzt über die zahlen kann ich noch nicht reden weil ich noch nicht weiß was mir dieser jamaikaner gibt weil ich ihm die ganzen joints verkaufe okay und er ist das überhaupt dass die füße stillhalten abwarten wir kümmern uns auch um unser geschäft die kümmert euch um das waschen und dann denke ich mal dass wir früher später von euch wieder zurückkommen also ihr wird sowieso alle die besten konditionen von mich nicht wird niemals jemanden die tasche leer machen ja muss versuchen erst mal an dieses gras ranzukommen und dann muss ich jetzt mit diesem jamaikaner erstmal handeln mal gucken was er mir gibt weil ich einen guten preis rauskriege wird ja auch alle gut belohnt dafür okay wie sieht es mit dem herofeld aus mit dem herofeld also ich weiß nicht wie es jetzt momentan ist normalerweise beanspruchen die cousins das ganze zeit aber für mich gibt es da keinen beanspruchen mehr weil ich war derjenige der das gefunden hat ich habe die route gefunden ich habe mit ihm zusammen das feld genommen ich habe ihm nur gesagt hier bei die lizenzen kann er 300.000 behalten 100.000 gehen an mich selbst das wurde nicht eingehalten deswegen habe ich ganz zeit gegen die geschossen wir haben glaube ich jetzt 45 mal geschossen ich habe alle alle male halt die runter gemacht okay jetzt für mich ist das eigentlich das ding durch das ist unser herofeld da gibt es keinen beanspruch mehr dafür gut sehr gut dann hört auch diese scheiße auf von cousin seite cousin und die sind ja in meiner branche tätig ja als gang ja dass die anderen gangs vor zeigen müssen ja wer welche bezirke in dieser stadt zu leben hat und da und dazu ticken hat das findet jetzt auch das hat schluss ich freue mich auch warum parteien wie die nicht mal beim namen erwähnt werden müssen ja zum beispiel den hotspot vom lsc bekommen und sonst was wer hat diese bezirke eingeteilt wie kommt man doch so ein scheiß ich lasse mich nicht von den cousins die auch genau so was ich bin verkörpern ja in dieser sache mehr unterdrücken findet nicht mehr statt ich habe eine idee ich habe eine gute idee ihr müsst euch beide nur einig werden tun faroud wenn was einer geht aufs herofeld sozusagen beschützt das herofeld einer beschützt das grasfeld und ihr eigentlich eine große wie heißt das man stärker auf dass die leute nicht die bei euch eine familie sind die für euch auf diese felder arbeiten gehen und einfach das ganze geld zu euch bringen das heißt dann habt ihr nur noch den einfachen weg zu mir zu kommen das geld jetzt mal hier so zuhören und so über gras du schläfst hier in einer zehn millionen dollar villa und zählt das geld oder was ist kein problem wenn ihr hilfe braucht ruft mich jederzeit an habe jetzt mal real talk das system schon ein bisschen zu kommen gezogen die jungs sind da wo sie sind aber hier feiert das gut machen und diese jungs können darauf verzichten bei allem respekt die können darauf verzichten ob faroud jetzt noch weitere ladungen bringt oder nicht ja die einzige ladung die ich bringe ist bunny hinten rein bruder das ist die ladung schön dankeschön und diese volle kanne rein so und abgesehen davon sind die jungs einer der wenigen die dein geld auf eine art legal wieder die zurückzahlen könnte man so ja du kannst so viel verkaufen und machen und tun auf den straßen wie du willst habe ich mir deine kohle wenn ich los wenn du nicht mit ihnen zusammen arbeitest so oder natürlich du gehst und arbeitest mit den nordafrikanern so bei allem respekt nichts gegen die farid aber du weißt ganz genau wie das geschäft mit denen läuft faroud nicht farid ich sag euch eins kommt mir mit jede ladung die ihr wollt hier auf mein hof dann ist cash aus zeigt mir irgendeine mafia die das euch cash auszahlen kann genau die das überhaupt waschen können oder bevor die das überhaupt verkaufen oder keinen die nicht die kommen mit die sagen lass mal deine ware hier okay die deine ware gehen das weiterverkaufen und dann kommen sie zu farid hä wer ist farid und wenn einmal diese ware weg ist sind die am arsch dann werden die zu dir kommen und heulen und sagen es tut mir leid aber okay schau mal das passt doch das wollte ich nur wissen also ware sheriff zeit gibt das direkt raus passt doch bruder dann bist du unsere quelle ab jetzt passt doch dann würde ich sagen wenn ihr kommt sofort kriegt ihr die kohle alles andere ist unser ding wenn wir was verlieren ist unser ding genau also perfekt das reicht eigentlich auch von meiner seite ja man hat schon mit mir geschäfte gemacht er weiß bei mir gibt es immer also wenn ich mein wort mache läuft doch so fuchs quatsch mal kurz ich muss mal kurz mit johnny reden johnny komm mal mit bruder okay also kusiks sind jetzt äh komplett raus aus dem feld also die wollte nicht wahrhaben was sagt der schabern dass er uns hier nicht kennt bruder also aber red nicht zu laut red nicht zu laut achte darauf dass du nicht zu laut redest verdammte scheiße diese schabern der sagt zu mir klar hat die die haben ihren namen gemacht wir haben namen gemacht aber wer seid ihr er sagt wer sind wir siehst du wieder redet johnny weißt du was ich glaube es wird zeit wie in alten zeiten uns später zu maskieren auf andere cover die ich habe mal einzupacken und sagen wo es lang geht aber er darf nicht hör mal zu johnny das darf niemals ans licht kommen dass wir das waren das muss ein geheimnis bleiben das müssen dann dann müssen wir ihn einpacken und zwei deine jungs müssen reden genau es darf aber niemals rauskommen dass wir das waren wir müssen ein bisschen respekt beibringen glaub mir wenn du willst ich lauf so durch die gegend dann erkennt mich niemand mehr johnny oder das nicht da hast du eine maske schau mal du brauchst eine andere maske ja mann das machen wir aber alles gleich was hat jetzt was hat jetzt das gespräch gebracht verdammte scheiße das gespräch hat mir geld gebracht wir haben jetzt eine gute quelle jetzt können wir in zukunft mehr geld machen okay interessant ja das ist nur geschäft das ist eigentlich fuchs der soll das machen ich ich bin rapper oder ich mache mich ums rap aber der fuchs ist für solche finanziellen sachen zuständig aber ich höre da eigentlich nicht gerne zu aber schauen wir mal was die da noch zu sagen haben okay und was mit dima und die tschin die sind eigentlich cool wirklich nö sie sind eigentlich cool wir haben draußen banni beleidigt aber alles gut ja das passt schon banni habe ich auch gedisst passt schon let's go okay ihr nehmt die scheiße an ihr wisst was daraus zu machen ist trocknen enden bla 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 aufhängen dies und das so dann packt ihr die scheiße ab man dann arbeiten die ganzen wie gesagt die ganzen stinknormalen leute da vom würfelpark aber jetzt meine knarre zu bringen und schabern rauszubringen und ja ihr macht eure kohle indem wir dann sozusagen die scheiße weiter verkauft und die müssen wie meinst du ich muss schon weil wir werden eine liste haben von eure familie und von die familie das heißt sie werden nur das an dem von euch das heißt es wird nicht von 1 zivilisten das heißt die müssen zu euch kommen damit scherif damit scherif wenn ich einen vertrag eingehen mit denen ihr bezahlt den so so viel fein body er bezahlt und die können nicht zu uns selber kommen können wir hinterlöx von euch geld weg wie heißt das unter den tischkern ja aber wie sollen das denn auch schaffen sheriff die leute haben die ganzen hallen zum aufhängen und so nicht ich bin auch dafür aber wir müssen erstmal gucken wo diese grasplantage ist und was sagst du zum ruhen fällt können wir auch nehmen warum nicht ja aber ich würde ich würde ich weiß dass ihr mehr ist manchmal besser aber wir sollten uns auf eine sache konzentrieren und da das alles festmachen weil ich glaube mir so ein feld das bringt jede menge ärger mit sonst ich weiß was da recht nichts noch vonstatten jetzt okay dann kümmern wir uns als erstes um das grasfeld und danach kümmern wir uns um das weitere wir müssen erst könnt euch ja nachher separat jetzt unterstützen mit jedem feld okay und wenn ihr ganz ehrlich wenn irgendwann wirklich die nähte platzen irgendwann könnt ihr gerne auf mich aber zu auch zurückgreifen okay ganz einfach das ding ja du hast du hast du hast den deal ausgemacht bezüglich des herufels wer den anspruch hat oder er hat das auf 15 15 ich sag dir ganz ehrlich im namen der tschetschenen ich werde mich erst mal so lange im herufeld fernhalten bis du das ding auch alles geklärt hast und dann uns wir müssen jetzt mal auf die suche gehen danach weil ich habe kriege durchgeführt mit dir ein monat lang habe ich mit wie eine andere teile die ganze zeit hin und her hin und her meine knochen sind müde verdammte scheiße solange das nicht geklärt ist mit kusings das musst du klären werde ich da keinen fuß drauf setzen uns geht es nicht anders okay ich mache das schon kein problem dann checken wir mal den rest ab und noch wo das grasfeld ist okay ab jetzt sind alle probleme von davon die sind ja genau okay und ich sag euch wenn irgendwas von ein von meinen leuten kommt sagt mir bescheid ich kümmere mich darum alles klar dann wissen wir beschreibt dann geht lass uns doch mal draußen draußen die hand geben dass man auch dass die alle da zeuge sind richtig gute idee das dann so wie wenn erdogan und die putin sich die hand geben dann ist auch alles beiseite gestellt ja immer gleich deine nummer hast du meine noch mein alter ist doch nicht mehr schreibt uns ja wir müssen uns eh noch mal du auch untereinander die man hat schon die nummern von meinen leuten eigentlich aber du brauchst noch paar nummern glaube ich von meinen leuten johnny mit seinem staubsauger an meiner krim ja ja also wie gesagt ich könnte dann geht es in einem bruder bitte nicht so hat mal zu ihr geringverdiener wir haben jetzt lange gesprochen wir haben euch auch lange warten lassen das tut uns natürlich leid da hinten kommt ran da hinten kommt näher das tut uns natürlich leid aber wir haben es gab vieles zu besprechen an dieser stelle von unserer seite also von banner music und von von gmbh hat sich das eigentlich erstmal erledigt wir geben uns auch offiziell so die hand so wir geben uns die hand okay und durch die hand oder ja wir geben uns die hand immer noch die hand so ihr könnt auch ihr foto machen dass ihr bescheid wisst okay sehr schön hier noch mal ein foto noch mal von der von meiner schokoladen seite von rechts genau da noch mal ja genau warte noch am besten noch vom lambo sheriff kommen wo der lambo auch hier ist oder das kommt auch gut für das titelblatt kommen hier her bruder der zwar keine stoßstange aber das passt schon okay sehr schön okay also von gmbh und banner music hat sich unserer seite aus geklärt tschetschenen dima auf jeden fall auch würde ich auch ein handschlag vorschlagen das ist geklärt foto bruder foto foto auf jeden fall jungs auch von der gmbh hier ist alles geklärt wird schon sein ja alles weitere werde ich erklären auf eine gute zusammenarbeit morgen titelseite promiflash super wir sind jetzt ordentlich ja dann war es das auch von unserer seite aus da wünsche ich allen eine gute zukunft wir würden dann jetzt abzischen ich gehe dann auch wieder weiter in meine rente und ich hoffe ich konnte hier auch ein bisschen behilflich sein johnny macht die bitches klar es geht los okay fuchs ich gebe dir noch meine nummer komm mal her dann meine musik so jetzt müssen wir aber trotzdem ohne bietet nichts wir müssen jetzt auch ein brief und das jetzt das nächste haben wir ein biefer macht das gegen wen fangen wir ein biefer aber das muss ich jetzt mit meinen jungs sprechen ich will auch biefer dann die tschetsche um die eckler schickt den sms ok jungs wie zwischen dann auch ab haut rein so jungs jetzt können wir offiziell gegen jeden biefer starten außer mit gmbh und tschetschen ich bin im funk der ist jetzt weg von euch ich bin im funk ich höre dich nicht im funk yo yo ich bin im funk let's go oder das weiß ich nicht ob wir das finden aber wie gesagt wir haben immer noch wir haben immer noch beef mit rockern und ich würde mal sagen wir schauen mal beim rocker mc vorbei die stärksten wären in dem fall el grande oder wargoss aber mit wargoss habe ich halt schiss bruder dass ich diese rp anfangen und das geht dann wieder in diese support scheiße so weißt du auf das habe ich halt kein bock dass das einzige ich weiß nicht ich würde schon gerne ich will biefer anfangen aber mit wem weil wenn ich mit wargoss anfangen wir hatten schon rp und das so komplett eskaliert und wenn ich das jetzt wieder anfangen kann es sein dass wieder so wisst ihr was ich meine vor soll ich mal vorbeifahren bei den rockern lasst uns alle zusammen bruder lasst uns alle zusammen dahin aber ich bin was ich vorgeben ich bin mir jetzt nicht sicher weißt du wie also auf jeden fall schon mal dieses dreiert also dieses dreieck ist jetzt gut also das ist unsere safe zone sage ich mal aber der riss gegen den rest muss jetzt dafür denen muss klar sein dass niemand auf dieses gras fällt kommen darf okay also mokros wagers rocker die heißen die orange noch mal die rogers genau und die falcone ich kenne nicht mal diese falcone familie wissen es auch erstes mal gehört da falcone gibt es anscheinend irgendwo aber die sind versteckt okay so aber auf jeden fall wollte auch ikut mir eine überraschung machen fuchs sobald du fertig bist gehen wir zu ikut der wollte mir irgendwie der wollte uns glaube ich eine überraschung machen redet der fuchs wieder über geld das kann es doch nicht sein bruder der junge ich glaube erst ist fuchs gekommen und danach das geld der ist ja richtig krass auf das fixiert mit antujan kann man auch ich glaube ja das kann auch sein sami du hast recht es kann auch sein dass dieser beef sowieso von alleine kommt wenn sobald dieses gras fällt da ist wird sowieso sich jeder darum streiten aber gute gegner wären el grande auf jeden fall ja ich glaube ich drücke jetzt also alle drei also wir die tschetschenen und gmbh die suchen alle das graffeld und wenn wir das gefunden haben dann wisst ihr sollen wir den anderen bescheid geben aber wir werden da erstmal uns auf das graffeld fixieren alles andere ist uninteressant für uns okay ist gute idee hat jemand die nummer von el von irgendeinem von el grande ja ich habe von antonio ja komm mal kurz zu der g klasse und gibt die nummer mir ich kann ich kann auch dann gleich tanken nehmen wir er muss schreien ich muss ihn ja hören sag mal die nummer sofort bruder hatte ich kommen damit ich nicht schreibe in den jungs so wie ist antonio grande da 105 1 0 5 strich 6 7 0 2 6 7 0 2 das ist der antonio ja bio die bleibt heute ist ein ruhiger stream heute war mehr wie sieht's aus jetzt grasrote suchen oder rocker vorbeifahren rocker rocker lass uns zu den rockern vorbeifahren ja jungs das war eigentlich mit og bett ihr noch kasern entführt gehabt oder nicht wo die hat kassel entführt oder was haben wir das wirklich gemacht wo ist denn der kassel das war bei joni ist damit gekommen das ist schon zwei stunden her das war vorhin das war so nicht war gut wer von jungs oder macht mut war da ux war da mahmud weiß mehr ich habe jetzt nicht ich habe jetzt gleich einen plan ich habe jetzt gleich einen plan ja was passiert johnson ist alles ok ok kopfschmerzen ich habe auch schüsse das ist so für bei rk ist ich weiß jetzt nicht wie du das meinst oder diese entgegennt ist weg wenn jetzt gut ich weiß nicht was du meinst aber keiner von irgendwie dass ich glaube von gmbh oder sonst wo du hast das system nicht verstanden du hast das system nicht verstanden das gmbh kann joints verarbeiten ok das sind die einzigen wo joints verarbeiten kann wir sind auf die angewischt wenn du das so meinst also wenn ich dir das so erzählen darf oder ist doch alles gut die kommen doch alle wieder man das ding ist wir haben immer noch wir haben wagers wir haben el grande wir haben die rocker das ist mir eh scheißegal alter hauptsache unsere kasse klingelt genau was juckt mich was juckt mich wenn die weg sind man juckt mich nicht juckt mich nicht denkt an eure eigene tasche ich denke an mein geld ich denke an meine autos und früher oder später irgendwann werden die sowieso alle zurückgekrochen gekommen das juckt mich nicht soll jeder seinen weg gehen lasst euch jetzt nicht von irgendwelchen leuten unterkriegen wenn die weg gehen es es gehen 100 weg es kommen 200 her alter die juckt mich doch nicht das ist nicht das ding wenn die wiederkommen sag ich einfach weyneck weyneck bruder du weißt bescheid hey jungs ja der wird glaube ich echt noch lange kopfschmerzen haben wir müssen gleich jemand wir müssen jetzt gleich jemand einpacken äh johnny johnny pass auf pass auf dass du dass du nicht so johnny seid ihr alleine bist du mit schaubern alleine dann sagt ja okay wie viele leute seid ihr ungefähr sagt uhrzeit in uhrzeit mäßig 5 uhr okay fünf leute okay okay fünf leute okay bruder sind das lesen das leute von gmbh okay das sind irgendwelche zivilisten das sind irgendwelche zivilisten ich will nicht rappen verdammte scheiße für euch schabern ist dort schabern ist dort äh sophia ist glaube ich dort nehme ich an oder ja lass doch da hin okay fünf leute können wir können wir die hops nehmen können wir die hops nehmen wenn wir jetzt zu ja verdammte scheiße ja man ruf mich nie wieder an ja okay okay alles klar dann schick mir standort hab ich gemacht verdammte scheiße okay super alles klar bis gleich jungs wartet ganz kurz fahrt mal fahrt mal kurz wieder zurück zu john was passiert bruder also erklär mal ich schau mal jungs schabern hat gesagt schabern hat gesagt äh banner music hat sich noch keinen namen gemacht wir werden jetzt ihn auf undercover überfallen äh mit johnny zusammen wir werden john unser ziel ist johnny und schabern wir müssen die hops nehmen wartet mal ganz kurz und wie willst du die hops nehmen mit uns immer jemand aus serban du bist doch aus serban gekickt der hat kopfschmerzen aber warte mal ganz kurz ich würde doch dobern lass ihn den wagen hier dass wenn er wieder kommt weißt du ja aber ich pack den an die seite ach so ja ja perfekt perfekt alles easy ja okay bruder ich kann dich nicht kicken äh ich seh ich seh ich seh dich nicht du bist nicht drauf ich seh dich nicht fahr mal da zu den schüssen bruder ich glaub dass die hochzeit von den johnny geredet aber aber wir müssen wir brauchen andere autos dass das nicht auf uns zurückverfolgbar ist fahr mal zu der garage bruder dabei lsc fahr mal zu der garage okay habt ihr autos habt ihr autos wo nicht in lila sind so zivilautos stram 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 warte wie schon mal ich hab hier ein bike ich bin alle mit zwei gefahren am nächsten die biker gib mir mal kurz geld gib mir mal kurz geld was wir fahrrad man was soll das ich brauch geld ich brauch geld ich brauch geld gib mir hinterher geld okay warte kurz mach mal kurz platz adem mach mal kurz platz hier die gring verdiener okay hat keiner gesehen pack mal irgendein autos was nicht in der farbe ist ja aber warum ist doch egal ich dachte die john wissen wer wir sind nein bruder das schabern darf das nicht wissen aber der will uns doch ficken dachte ich bruder wir ficken ihn jetzt aber auf undercover er ist jetzt mit johnny mit fünf leuten dort in einer hochzeit ich dachte der will uns jetzt zu ficken nein der will uns nicht ficken der denkt jetzt alles ist gut bruder aber wir ficken ihn auf undercover habt ihr noch irgendein auto was vielleicht ich habe noch mal ein bike ausgepackt ich habe noch mal ein bike ausgepackt wir fahren einfach wir machen einfach so ja ich habe essen warte mal bitte ja 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 und wir müssen doch noch gleich masken umziehen voll maskierung und oberkörper frei alles gut bruder kommen dabei lsc garage lsc garage schnell alles klar nee der q5 ist in lila der q5 ist in lila masken ja wir werden auch gleich die masken wechseln nicht doch doch wir werden sie wechseln ok sehr schön ok jetzt fahrt mal alle zum maskenladen alle zum maskenladen also soll ich masken laden ja ja fahr du maskenladen ich habe eh noch einen platz hier im auto fahr maskenladen alles klar frank mach mal deine biker musik an bedamte scheiße sagt er hier wir haben uns noch keinen namen gemacht schabern ja 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 warte ab bruder warte ab ich zeig dir jetzt wir nehmen jetzt die ganze hochzeit hops bruder es kann sein dass du vielleicht timeout bekommst wegen irgendwas aber mach dir da keine sorgen die mods haben auf gar niemanden irgendeinen tick oder sonst was die jungs sind gebildet ich habe nicht irgendwelche random mods genommen die wissen schon was sache ist gerne es kann sein dass entweder im schlimmsten fall irgendein fehler passiert ist dass du aus versehen getimeoutet worden bist oder dass irgendwas im chat war was nicht gepasst hat bitte beschwert euch nicht über die mods die wissen schon was sie machen jungs die wissen wirklich was sie machen da kommt letztens einer der sagt bruder ich habe dir gerne zugeschaut aber ja siehst du da gibt es noch ein beispiel einer sagt letztens bruder ich habe dich gerne angeschaut dein stream und so dies das aber deine mods fucken mich dann schaue ich seine nachrichten der schreibt ich ficke dies ich ficke das und ah und der ist ein so und so und da und dann wundert er sich warum er getimeoutet wird ja wir sind sowieso auf bei ihr kommt welche masken holen wir holt euch diese vollmasken oder irgendwelche auf jeden fall ihr müsst komplett nicht zu sehen sein ja was ist jetzt was soll ich hin ok masken laden masken laden ich nehme die hier masken laden jungs alle masken laden was habt ihr da für autos alter wir sind gehen auf undercover holt euch andere masken irgendwelche ekligen masken ich habe jetzt zum beispiel hier captain boss like hier könnt euch aussuchen wie ist meine maske sieht gut aus captain boss like hier ja genau so heißt der heißt der nicht so er heißt captain boss like hier ach so ich dachte der heißt captain boss like hier like hier ok ähm oberteil oberkörper auch aussehen ne oberkörper auch aussehen und die goldketten und uhren und so was ist unser ziel bruder unser ziel ist schabern ok und wo ist er ich weiß wo er ist ich weiß wo er ist wir finden ihn das einzige was ich machen muss ist tanken wie heißt der der heißt doch solan captain boss like hier captain boss like hier äh das lila an der auto muss hier bleiben sperrt das ab lass das hier weil lila autos zu uns zurückverfolgen ja ja rosa kennt man gar nicht ok ich hab den ich hab den standort äh ihr seid ja ready nehm ich an ne ja der auf dem motorrad weißes hemd aus zieht dein weißes hemd aus nur tanken nur tanken ok warte yo yo johnny verdammte scheiße verdammte scheiße wir kommen wir kommen wir sind jetzt bereit wir gehen noch kurz tanken wie viel wie viel leute sind da wie viel leute sind da wie viel leute sind da sag wieder in urz uhrzeit ungefähr wie viel wie viel leute da sind immer noch ok ok so viel ist auch da ok perfekt oder pass auf pass auf wir werden wir werden jetzt dahin kommen wir werden jetzt dahin kommen wir ziehen gleich mit waffen auf dich egal was ich dir dort sage nimm das nicht persönlich ok du musst richtig so diese filme nein bitte tu mir nichts und was weiß ich wir nehmen dich mit und alles ok ja aber pass auf wenn du lange gekommen bist schick mir den berg den berg runter ok schick mir schick mir äh standort bruder ich brauche standort wie lange brauchst du ungefähr 5 bis 10 minuten fuck das ist zu lange man da ist der antrag schon vorbei johnny ok wir beeilen uns schick mir jetzt standort ich fahr wir fahren da jetzt hin ok let's go let's go ok 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 jungs hey jungs serious serious äh seid ihr fertig wir müssen los die sind nicht mehr lange dort warte ich sehe ich noch Schleppverband warte gib mir Sekunde jungs hört mal zu hört mal zu hört mal zu ähm da sind ungefähr 5-6 leute ihr werdet die alle jetzt umzingeln und jeden allen seine äh magazine entleeren handy funk wir nehmen alle mit die dort sind alle ok das muss jetzt richtig strukturiert ablaufen fahrt dem chef da hinterher dem pinken und wer jetzt nicht lieber dass wir 1 2 gardener stehen bleiben ich checke jetzt erst mal wo das ist ich muss jetzt erst mal gucken genau weil ich weiß selber nicht wo das ist ja ja ich habe standort bekommen äh das ist oberm hollywood sein bruder ich weiß auch genau wo das ist das ist neben gegenüber vom theater kann man da noch eine einfahrt absperren äh du hast da zwei einfahrten du hast eine von westen und eine von osten Und sogar von Norden. Aber das ist Offroad. Es gibt zwei Ausgänge Offroad und eine ist asphaltiert. Also falls die Sportwagen fahren, dann können sie nur von einer Seite rausfahren. Ganz schön kalt auf dem Balken, in Unterhose. Okay. Und meine Meinung ist, die sind genau oben, haben die geparkt und sind unten entlang. Weil ich sehe, wo du mir navigiert hast, ist es der Weg unten, also dieser Offroadweg. Da würde ich erst mal sagen, wir fahren hoch und parken auch oben und kommen von oben mit den Wappen unten gezielt. Okay, hört sich nach einem guten Plan an. Wo seid ihr, Jungs? Oh, das klingt schon nicht, wie es ist. Egal. Okay, wir sind jetzt ready. Hey, Miami, weißt du, wer auch da ist? Kannst mir denken. Ja, heute wird es witzig, Bruder. Okay, die sind, Bruder, wenn wir von unten kommen, dann werden sie uns sehen, falls sie oben stehen. Wartet, Bruder. Ist halt ein bisschen, weil wenn die oben stehen, wenn wir ein Wappen sein, dann sehen die die Autos und die Bags kommen. Warte, die haben den Standort, glaube ich, gewechselt. Und wo sollen wir dann kommen? Das ist der einzige Weg, weil die Jungs gehen mit den Bags, andere will fahren, aber wir mit den Autos nicht. Das ist halt, das ist halt, das ist halt, keine Ahnung. Seht, wie gehen wir aus mit der Rasse? Okay, weiter, weiter. Wurst, egal, fahr einfach, scheiße, fahr. Wir fahren, wir fahren. Mach nur dein Licht aus. Licht aus, Jungs, Licht aus. Ich habe jetzt immer noch nicht verstanden. Wir packen jetzt, okay, ich weiß schon. Wir packen alle ein, wir packen dort alle ein. Johnny ist auch dort, Johnny packen wir auch ein, alle. Aber Johnny macht bei dem Plan mit, also tut ihm nichts. Egal, was Johnny sagt, knallt ihn nicht ab. Willst du die einpacken? Alle müssen auf einen Berghof, oder? Gar nicht die eine Person, aber die ich nicht mag abknallen, falls sie dumm ist. Ja, das kannst du machen. Funk durch, dass wir die Autos jetzt gleich da oben lassen und drunter laufen. Aber das muss schnell gehen. Okay, soll ich hier parken? Soll ich hier parken und drunter? Nein, nein, noch bisschen vor, noch bisschen vor, noch bisschen vor. Macht euch bereit. Rechts kannst du parken. Hier. Noch vor, ja, ihr parkt da irgendwo, ja, genau. Da, 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 da. Das sind die Autos wahrscheinlich. Ah, das ist von Schabern, okay. Das ist das Auto von Schabern. Okay, Jungs, wir gehen rein. Motor aus, Jungs, Motor aus, Jungs, Motor aus, komm. Motor aus, komm. Da unten sind die, da unten sind die. Da unten, da unten, kommt zurück und passt auf, dass ihr nicht runterfliegt. Wartet, noch kurz, wartet, fliegt nicht runter, wartet. Wir haben uns schon gesehen, Bruder. Komm, wir müssen es sehen. Okay, let's go, let's go, let's go. Alles ablegen. Hey, 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 hey. Hey, keiner redet jetzt. Funk runter, Waffe runter, alles runter. Haltet eure Fressen. Haltet alle eure Fressen. Macht mir keinen Spaß. Halt deine Fresse. Halt deine Fresse. Fresse, haltet alle eure Fresse, um euch passiert nichts. Ihr legt jetzt alles ab. Habt ihr verstanden? Waffen auch, Magazine. Entleert, Alter. Entleert die Magazine. Entleert die Magazine. Das war unbewusst. Pass auf, dass ich dir nicht unbewusst in den Kopf schieße. Hey, 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 hey. Entschuldigung, hey, ich bin ausgerutscht. Hey, das ist ein Berg, Mann. So, ich seh nicht so viele Hände hier. Ich soll meine Waffe wegnehmen? Ich hab kein Handy, das holen wir nicht. Ja, ich hab auch kein. Verdammt für Scheiße, du kommst mit. Komm mit, komm mit, verdammt für Scheiße. Hab ich nicht. Du kommst mit, du kommst mit. Halt deine Fresse, komm mit. Oh mein Gott. So, alle mitkommen. Ja, la. Was soll ich? Bruder, lass deine Hände hoch. Bruder, hast du deine Waffe noch? Hast du deine Waffe noch? Ja, was soll ich dir? Scheiße, Mann. Geh, weiter, weiter. Kommt alle mit. Alle mitkommen. Folgt Käpt'n Boss Light hier. So, ihr seht was passiert? Siehst du Sophia? Ach du Scheiße. Ja, da seht ihr was passiert. Ich seh was passiert. Ich seh was passiert, wenn ihr nicht hört. Verdammte Scheiße. Habt ihr gesehen, was passiert, wenn ihr nicht hört? Ja. Da liegt einer. Warte, wer ist das? Das war meine Ex-Freundin. Warte, habt ihr Sophia erschossen? Nein. Haltet die Fresse jetzt mal. Ihr sollt die Schnauze halten. Der Nächste, der hier redet, kriegt einen Stich. Let's go. Folgt Käpt'n Boss Light hier. Hier, das bin ich. Käpt'n Boss Light hier. Ey, ich nehme mal die Alte hier mit. Nimm sie mit. Ich habe das gar nicht mitbekommen mit Miami. Ich habe das keine irgendwo auf uns war. Johnny. Komm her, wir nehmen die. Soll ich die Alte mitnehmen? Ja. Nein, nein, lass sie da. Nein, nein, lass sie da. Nein, nein, lass sie da. Deine Fresse, ihr sagt gar nichts. Schabern kann auch nichts mehr machen. Ach, wie romantisch es sein kann, he? Ja, Schabern, du wirst sehen. Warte ab. Machst du hier überall den Paten? Ihr habt mir einen schönen Tag kaputt gemacht. Nee, nee. Ich scheiße auf deinen Tag. Ich scheiße auch auf Schabern, sein Fokuhila. Ey. Deine armen Haare. Haltet mal die Fresse, jetzt keine Rese. Johnny. Ich bin mir nicht sicher, ob du heute lebend hier rauskommst. Was soll die Scheiße? Wer bist du eigentlich? Was wollt ihr von mir? Wie taucht ihr einfach auf? Wer habt ihr Scheiße, Mann? Ey, warte ab. Wer seid ihr überhaupt alle? Okay. Warte ab, Johnny, du kleine Pappnase. Du kriegst auch noch deine Packung. Wer seid ihr? Seid ihr von den Vagos? Ulan, Miami. Amanakudo, Miami. Der ist nicht mal maskiert, Mann. Schau mal. Ich hab die Vagos gefunden. Das ist nur meine Söhne. Der ist nicht mal maskiert, Mann. Ey, ey, ey. Pass auf, was du sagst, Alter. Nein, wir müssen gar nichts bringen. Wir müssen jetzt erst mal alles machen, was die uns sagen. Ulan, Miami. Detektiv Twitch. Bruder Edis, endlich im zweiten Monat. Ich küsse dein Herz, Bruder. Freut mich herzlich willkommen im zweiten Monat, Bruder. Ich muss jetzt weiter mit der Cringe-Stimme reden, Jungs. Ich küsse eure Herzen. Ich küsse nicht so. Du schaffst das. Ich bin dabei, ich bin dabei. Ich mach schon, Bruder. Ich mach. Ich hab schon. Johnny und Schabern. Und wer ist die Dame hier im weißen Kleid? Meine Frau. Wie heißt deine Frau? Thomas. Selina. Seh ich aus wie Thomas? Ich bin Selina. Selina. Ist doch was lustig, oder wie sieht das? Selina, und du wolltest hier gerade einen Heiratsantrag machen, oder was? Ich hab einen Heiratsantrag bekommen. Von wem? Von Diego. Von Diego. Diego. Welcher Diego? Von welchem Diego sprechen wir? Der hinter dir. Ja, das weiß ich aber, welcher Diego ist das? Ja, frag ihn doch, was für ein Diego das ist. Willst du mich verarschen? Willst du dir eine Kugel in den Kopf jagen? Ey, komm, beruhig dich, Mann. Ich bin Diego Kartell, Mann. So einfach geht das doch. Was ist los hier? Ich hab gesagt, es könnte sein, dass ich hier Schwierigkeiten stecke. Das hast du gar nicht gesagt. Ey, ihr haltet jetzt alle eure Fressen. Hey, die Frau zu meiner Rechten redet ganz, dann tötet sie. Hey, Selina, komm her. Hey, alle Ruhe. Okay, Jungs, beruhigt euch mal jetzt. Haltet eure... Verdammte Scheiße, denkt ihr, das ist ein Spaß? Denkt ihr, das ist ein Spaß? Ich sag das nicht zweimal. Ihr beruhigt euch jetzt alle. Oh mein Gott. Okay, stellt euch mal alle hier auf an eine Reihe. Habt ihr eure Handys, Telefone, alles abgegeben? Jungs, stellt euch in eine Reihe und einer durchsucht sie. Verdammte Scheiße, wer bist du? Das ist die kleine Bunny, verdammte Scheiße. Bunny. Bunny. Bunny, du kommst mir bekannt vor. Warst du denn nicht die, die in Unicorn gearbeitet hat? Ja, genau die bin ich. Ey, krass, halt, ich hab meinen Striptease von dir bekommen. Ah, wirklich? Hat es dir deinen gefallen? War eigentlich ganz gut. Dankeschön, das nehme ich gerne an. Also jederzeit wieder. Ja, da lässt sich drum sprechen. So, erstmal gebe ich mir hier kurz Heroin. Willst du uns zugedröhnt wegschießen, du kleines Arschloch? So schlimm bist du? So weit gehst du, dass du uns zugedröhnt wegschießen willst, du dummes Arschloch? Verdammte Scheiße, soll ich dir jetzt eine Kugel in den Kopf jagen oder später? Nein, Mann. Johnny, bleib ruhig. Sag es mir, sag es mir, Johnny. Verdammte Scheiße, fahr vernünftig mit meinem Auto, Mann. Johnny, sag mir, soll ich dir jetzt eine Kugel in den Kopf jagen oder später? Nein, 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 bitte nicht, bitte, bitte, später, später, später. Schauen wir, was ich mit deinem Auto mache. Später, bitte. Ich fick dich, Junge. Nur weil du dir nichts von dem Auto leisten kannst. Ich scheiß auch auf das Auto. Ach du Scheiße. Mein Gott. Bis jetzt hier. Alles gut, alles gut, alles zu seiner Zeit. Darf ich eine Frage stellen? Ja, hau mal raus. Wen wollt ihr hier eigentlich? Ich hab nicht begriffen, um wen geht es jetzt eigentlich? So, damit ihr auch kurz zusammenfasst, werde ich das jetzt natürlich alles zusammenfassen. Ihr kennt das ja von den Filmen, wo der Bösewicht immer seinen Plan sagt, weil er sowieso weiß, dass alle sterben werden. Aber, vielleicht kommt auch der ein oder andere hier lebend raus. Meine Person, die ich gerade im Visier habe, ist zum einen der Jute Shaban Godofi. Shaban Godofi. Was ist denn? Mögest du bitte einmal in den pinken Schäfte einsteigen? Vielleicht sind das hier, Bruder? Das hat eine Verknüpfung in der hinten. Nee, du sitzt dich mit der hinten, in dem hinteren Sitz. Ja gut. Let's go. Und Johnny. Was? Du kannst gleich mitgehen. Alien. Behalt die im Auge, die beide. Als nächstes haben wir Kazan. Ja? Kazan. Ja, Mego. So berühmt bin ich schon geworden. Der Rapper. Ja, so berühmt. Ja, ich habe schon mitbekommen, dass du auch Feature mit Farood und so gemacht hast. Ja, richtig. Er ist so gesehen mein Vorgesetzter. Mein Labelboss. Ein wahrer Mann. Ja, scheiß auf Farood. Scheiß auf, wir hören Rin. Wir hören Rin. Das kann ich dir auch geben. Rin Musik, kein Problem. Ich gebe dir alles, aber lass mich auf meine Brüche. Das erste, was du mir gibst, ist jetzt gleich deine Frau. Los, steig in den SU5. Warte mal, ich will wissen, warum, verdammt nochmal. Wirst du sehen. Hey, du Fuchs, mit der Fuchsmaske. Ja. Nimm mal hier den Kazan und seine Frau. Die hier, die ihm beißen. Nein, das ist meine Frau. Ach so, oh sorry, ich meine die. Die im Lila, die im Lila. Warte mal, ihr könnt mich noch nicht von meiner Frau trennen, was soll das? Nee, du gehst doch mit deiner Frau zusammen dahin, Mann. Ach so, okay, okay. Let's go. Die Ego, was machen wir hier? Steigt in den Audi schnell. In welchen Audi geht sie gut? In den großen? In den SQ5. Okay, okay. Er mit der Fuchsmaske. Vom SQ5? Ich habe Angst. Ja. Oh, das ist natürlich nicht gut. Okay. Ja. So, wer seid ihr beide? Ich bin Bunny. Und du? Malea. Malea, okay, alles klar. Jungs, ich musste mich übergeben. Irgendwie, äh, ich habe noch Flechelina. Flechelina. Okay. Ihr kommt... Boah, das wird jetzt schwer. Können wir gehen? Nee, geht mal auch zu der, zu dem pinken Chef da. Oh ja. Lauft mal dahin. So, und ihr beide? Ja. Bunny, ach. Wir haben nichts damit zu tun, wirklich. Wir haben nichts getan. Ah doch, komm, euch nehmen wir auch mit. Euch nehmen wir auch mit. Nein. Wir brauchen aber, glaube ich, einen Reparaturkasten. Ist der Sobe kaputt? Ja, der hat einen Klappen. Schaubein, Schaubein. Komm, ich gebe dir. Hast du? Ja. Ja, der hat einen Klappen. Ja, der hat einen Klappen. Jemand soll sich, jemand soll sich schlappen. Das war ein Klappen. Nein. Verfahren mal. Weiß es nicht. Jungs, ich habe die Bändermaske. Ich bin mir, ja. Ich fühle mich so verloren. Berger, mach das leid. Äh, ich reparier kurz, ich reparier kurz den, den GT. Danach müsste er vorgehen. Äh, tut mal noch einen in den Kofferraum. Tut mal einen von den Frauen da in den Kofferraum. Ich habe eine Klausur, aber scheiß raus. Gönn dir, Bruderherz, gönn dir. Jetzt ist wieder die Action, reicht mit den Geredelern. Jetzt machen wir immer ein bisschen Action, Jackson. Kein Weg zur Kasse mehr, kein. Ich spring dich um. Ja, dann brauchen wir noch ein Auto. Also, wir sollen doch einfach auf das Bike springen. Äh, wartet. Okay. Ich finde das Auto süß. Okay. Äh, ja, dann können wir es nur machen. Kalifornien. Komm mal die, äh, der Chef da, kommt mal ein bisschen vor. So, äh, Bunny, und du mit den roten Händen, steig in den Kofferraum. Du mit den roten Händen, ab in den Kofferraum mit dir. Ich muss in den Kofferraum? Ja. Halt die Schnauze und steig ein. Okay, passt doch. Äh, Fuchsmaske. Ah ne, die zwei haben wir vergessen. Ihr beide, der Mann und die Frau, steigt mal einmal aus und nehmt euch auf die Schulter. Ja, komm. Du möchtest mit mir? Ja, wartet mal, Manuel. Macht meine Konzentration nicht kaputt. Ich hab einen Plan. Sonst geht das hier nicht auf. Was mit dem Mann? Hey. Du möchtest gern Rapper, steig aus. Kazan. Du möchtest gern Rapper, ja. Kazan, verdammte Scheiße, steig aus oder ich schieße dir eine Kugel in den Kopf. Ja, ich muss mich ganz kurz abschneiden, verdammt nochmal. Ganz, bitte, mach langsam. Oh, Gott. Okay. So, nimm deine Frau auf die Schulter. So ein Hengstbiss, also so ein Hengstbiss, nimmt deine Frau sich jetzt auf die Schulter. Warte, was? Ich lass dich. Ich kann mich nicht tragen. Was hast du gesagt? Let's go, Mann. Wir haben hier nicht den ganzen Tag Zeit, Mann. Um drei Uhr ist Saur. Komm, jetzt steig in das Auto, in den GT. Hier in den GT. Du mit der Fuchsmaske, steig auch hier ein. Das ist hier, Fuchs. Wo ist Johnny? Der ist hier, in den Pinken. Okay. Ich weiß noch nicht, was ein GT ist, verdammt nochmal. Ich kauf das, was mir gefällt. Ich merk keine Namen. Ich sag doch, möchte gern Rapper. Okay. Ich möchte gern Rapper. Scheiße. Schneid euch alle an. Schneid euch alle an. Scheiße. Der kennt nur Zwingo und Clio. Ja, genau. Bunny, was ist mit dir eigentlich los? Auf wessen Seite bist du? Oh, Entschuldigung. Bunny, ich bin da hoch. Seid ihr angeschnallt? Ja, natürlich sind wir nicht angeschnallt. Doch wer? Safety first. Was warst du denn hier? Okay, okay, okay. Okay. Mein Gott. Was, was, Jungs, was wollt ihr, damit ihr uns loslässt? Was wollt ihr, damit wir gehen können? Halt einfach deine Fresse, Mann. Halt einfach deine Fresse. Du sollst, du sollst deine Fresse halten, Mann. Verdammte Scheiße. Nimmt man mich hier nicht ernst, Alter? Warum nimmt mich hier keiner ernst? Also, auf die Stimme stehe ich. Das ist eine Stimme, die hörst du, bevor der Tod kommt, Digga. Das macht mir schon irgendwie ernst. Ey, Scheiße, wir haben keinen Tank. Verdammte Scheiße. Das kann es doch nicht sein, Alter. Warte, vielleicht reicht das noch bis zur Tankstelle. Ja, zur Not holen einen Kanister, Bruder. Sophia, merkst du, wie schnell das Leben vergeht? Ja. Ich bin auf einer Hochzeit und Leute gleich vor dem Tod. Keine Ahnung. Hättest du mir mal auch lieber einen Antrag gemacht? Den habe ich dir gemacht, aber nach dem Autopfer hast du doch dein ganzes Gedächtnis verloren, verdammt nochmal. Ach so? Vielleicht reicht es doch noch bis zur Tankstelle. Wenn nicht, dann schieben wir das an, kein Problem. Passt doch, Alter. Deutsches Auto. Mercedes. So, steig mal alle aus. Ja, warte sofort. Oh, Mordok, die Stimme ist ja richtig eklig. Steig aus. Diego? War gut mit fünf Jahren. Hä? Warum hat er sich in den Kofferraum gelegt? Ich weiß es nicht. Verdammt nochmal. Guck mal, Mane, das ist so viel. Hola. Das ist Mane. Hallo, Mane. Werden gerade fährt. Tanken im Kofferraum, hä? Das ist jetzt nicht so die optimalste Art, sich kennenzulernen bei einer Entführung, aber hallo. Aber es ist besonders. Hä, warum ist die wieder da? Hat Miami die nicht abgeknallt? Was war denn los bei euch? Hä? Miami. Ja. Hast du die Sophia nicht abgeknallt gehabt? Äh, das war tatsächlich irgendeine andere. Ich glaube aber schon, doch. Wo ist die? Die ist gerade hier, Bruder. Wo ist die? Warte, komm mal mit. Die ist hier irgendwo. So, allesamt steigen wieder in der, äh, so wie ihr wart, in das Auto, bitte. Warte. Komm. Nein, falsche Frau. Oh. Vergib mir. Nein. Ja. Also da waren zwei Stück mit, also zwei mobilen Kneipern. Einen habe ich weggeknallt. Okay. Okay. Und wer ist Sophia von denen, die mit dem lila Kleid wieder hat? Keine Ahnung, die ist dann doch nicht da. Ja, 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 doch, 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 ich weiß sie. Äh, lila Kleid. Nee, das ist die nicht, das ist die nicht. Und doch, so, dass ihr gerade mit uns geredet. Kazan. Hä? Wie heißt deine Freundin, die du auf dem Schoß trägst? Sophia. Ah, okay. Also eine Frau. Okay, alles klar. Okay, hat sich... Eigentlich sind wir verheiratet, aber sie hat ihr Gedächtnis nach einem Autounfall verloren. California hat sich erledigt, hat sich erledigt, California. Ja, alles klar. Alles klar. So. Wir wollten uns doch nur einen schönen Abend machen, das war's, Mann. Ja, wir machen uns immer noch einen schönen Abend, alles gut. Besorgen wir uns nicht einfach, wir sind El Grande. Was? Hä, was? Besorgen wir uns nicht einfach, wir sind El Grande. Ja, können wir machen, California. Ja. Seid ihr alle angeschnallt? Ja. Schneidet euch alle an. Oh, gar kein Bock auf die Stimme, Alter. Wo war El Grande sein? Warte mal, warte mal, warte mal. Warum ist er hinter uns? Okay, alles gut, ich täusche mich, glaube ich, nur. Ich hoffe nicht, dass Kasa an dem Funk ist. Wenn Kasa an dem Funk ist, dann ist echt... Boah, Bruder, wir haben unseren eigenen Manops genommen dann. Mann mit der Maske, wie kann ich dich nennen? Nenn mich Captain Boss. Captain Boss? Ja, Captain Boss. Was ist das denn für ein einfältiger, dominanter Machtname? Captain Boss-like hier. Es grenzt schon fast am Napoleon-Komplex. Ja, das siehst du mal. Ah, ups, ich hab dir ein Fall verpasst, Jungs. Sorry, nochmal umdrehen. Hier, hier, hier. Einmal umdrehen. Nein, nein. Fällt ab nochmal. So. Vergiss nicht, dass ich immer noch eine Person trage. Ja, ja, alles ist immer. Ja, ich bin gleich da. Ich komm runter. Hau rein. Gerade, wo man was zu tun hat, ja. Ich hab gesagt, zwei Uhr lang. Der ist 15 Minuten zu früh. Ey, äh, du bist doch Rapper, ne? Ja, ich bin Rapper. Äh, wie viel Geld hast du auf dein Konto? Äh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich muss, ich komm mit dem neuen System nicht, klar, keine Ahnung. Jungs, pack die, zieht die alle auf eine Seite. Warum, was willst du von deinem Konto? Ich bin, äh, ganz kurz, ich muss hier am Mercedes, äh, hier was erledigen. Pack die alle auf eine Seite. So, Freunde, aussteigen, bitte. So, Freunde, aussteigen. Alle an die Wand. Alle an die Wand da drüben, bitte. An welche? Dort drüben. Was machst du? Warum tanzt du? Äh, ich bin noch nervös, Mann. Ich merke schon. Bruder, ich bin Big Mac. Bitte helfen Sie mir. Ey, 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 Johnny, komm zurück, ey. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Ja, man hat eine Schnauze, geh an die Wand schrauben, nicht an die Säule. An die Wand schrauben, nicht an die Säule. Ach so. Und die alle auch, die anderen auch. An die Wand, dann ist das eine Wand. Lack, das ist eine Tür, lass mich doch wenigstens hier hinstellen, dann bin ich so ein bisschen im Film. Ja, genau, das will ich auch hin. Wie Edith, der Breite, der war auch damals immer Türsteher, Kollege von mir aus holen. So sind alle da, sind vollzählig. Ich will das Paar außerhalb stehen. Jungs, ein, zwei Crossbacks bitte, äh, ein Fahrt checken, ab und zu. Ja, und guck nicht so oft unter den Rock, habt ihr mich verstanden? Ja, das ist, das ist die Reinigungskraft vom Gebäude da drin, die staubsaugt gerade. Äh, ziemlich laut immer, ne? Ja, mir tut meine Arme jetzt schon weh. Ja, das ist dieinste. Das liegt auch an meinem 52er U-Waben, Bruder. Ja. Oha, er hat sich beleidigt. Ey, er hat sich beleidigt, er hat unser Pendejo. Ihr haltet jetzt alle die Schnauze durch, ich hab euch in Stücke. Ihr habt die getötet, das war Sophia. Ja, Mann, halt deine Schnauze. Willst du einen Stich, willst du einen Stich, hä? Alter. So. Mann, ach komm, immer kommt der, wenn ich in ein RP bin, Mann. Jetzt kann ich nicht mein warmes Essen essen, Alter. So, wo sind die hin, Mann? Alter. Ich dachte, du bist Gangster, verdammte Scheiße. Alle F sagen, Jungs. Arda, Dankeschön, Bruder. Boah, ihr verkackt das jedes Mal. Du, Lockenkopf. Alle F in den Chat, Leonard. Ach, da ist er. Da ist der Käpt'n. Käpt'n, alle einen Schritt zurück. Ach du Scheiße. Ich bin Käpt'n Boss like here. Aber nicht der, ich mein Käpt'n Boss like here. Also, like, ich bin da. Ja, den versteht nicht jeder, aber egal. Musst du nicht verstehen. Ja, wenn man, wenn man low IQ ist, versteht man alles nicht. Ja, also, ich möchte es nochmal erklären. Es heißt normalerweise Käpt'n Boss like here. Warte, 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 wer hat gerade Halsmaul gesagt? Ey, alles gut, Mann. Keiner schießt hier irgendeinen ab, bevor ich nicht den Befehl gebe. Ich möchte es erklären, das ist mir wichtig. Also, es heißt normalerweise Käpt'n Boss, äh, wie heißt das eigentlich? Käpt'n was? Bruder, Sophia hat gerade Halsmaul gesagt. Ja, chill. Das war sie nicht. Also, auf jeden Fall Käpt'n Boss like, also ich bin like here. Also, wisst ihr, was ich meine? Das englische Begriff like here. Ich bin here. Habt ihr verstanden? Wer hat gelacht? Wer hat gelacht, verdammte Scheiße? Warst du das? Wer hat gelacht? Das war Johnny. Johnny war das. Johnny, du warst das? Nein, 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 nein. Verdammte Scheiße, Johnny, du kommst mit. Du nimmst uns hier nicht ernst. Komm mit in den zweiten Stock. Komm mit in den zweiten Stock. Ich hab nix gemacht, Mann. Halt deine Fresse, Johnny, jetzt reicht's. Ich hab die verdammte Scheiße, Mann. Bring ihn jetzt da hinten zur Lampir. Nein, nein, Johnny, Johnny brauchen wir. Johnny weiß doch, dass wir das haben. Ah stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt, pass auf, jetzt mach ich die Taktik. Ach, pass auf, die können dich vielleicht hören. Von der Saup pass hin. Nee, nee, komm mit. Jetzt musst du einmal noch mal richtig laut schreien Nein, Faro, tu mir das nicht an, dass die das ernst nehmen Nein, 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 nicht Faro Ich meine Captain, nein, Captain Bitte tu mir das nicht an, schrei das richtig laut Dass die Leute das sind, dass sie wissen, dass dir nicht Spaß gemacht wird Einfach so Ich habe eine Waffe in der Hand Und dann schieße ich in die Luft Und dann denken die, du bist tot Dann gehen wir hoch und dann ziehen wir dich um Okay, okay Jungs, ihr beide geht runter Und dann sagt ihr, er wird jetzt nicht mehr leben Okay, richtig laut Auch so, dass uns jeder hier hört Nein, 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 bitte, nein, nein, bitte So, der Johnny war ein bisschen frech Bitte, bitte, bitte Halt deine Schnauze Hey, du denkst, wir machen hier Spaß Bitte, bitte, bitte Du denkst, wir machen hier Spaß, verdammte Scheiße Bitte, Mann, bitte, wir können über alles reden Bitte, bitte, bitte Haltet die Schnauze Haltet die Schnauze, er wird sterben Okay, okay, komm mit hoch Er ist tot Er ist tot Wir haben einen abgeknallt Wir haben einen abgeknallt Ich habe gesagt, du hast deine Fresse, Mann Komm mit Johnny, schau jetzt so Du ziehst die Schnauze Wenn ihr nicht aufhört zu reden Aber red nicht, red nicht zu laut Red nicht zu laut Wenn ihr nicht aufhört zu reden Dann knallen wir euch ja hoch ab Ich bitte den Beat auch, Jungs Ja, ja, Mann Red nicht zu laut Also Hast du eine Maske? Wenn ihr keine Musik in meine Ohren reinkommt Du hast keine Maske? Zeig mal deine Maske Ich habe keine Lust mehr zu tanzen Bind deine Haare Sehr schön, sehr schön Lass deine Haare gebunden Der erkennt mich, der erkennt mich Ne, wenn du deine Haare gebunden hast, dann nicht Ich habe vorhin mit ihm meine Haare zusammengebunden Scheiße Hör mal zu, hör mal zu Zieh erstmal dein scheiß Pullover aus Zieh deine Hose auch aus Zieh deine Hose auch aus Und bind mal deine Haare zu Ja, genau dich Er wird mich erkennen, Jungs Nee, Mann, erkennt dich nicht Mann, erkennt dich nicht Okay, let's go Komm, Schritt nach vorne Einen Schritt, habe ich gesagt So, Jungs Wir werden jetzt ein Spiel machen Da ist hier ein Labyrinth Wir werden jetzt an jedem Ausgang Zwei Warte, wie viel Ausgingen hat das? Äh Oder warte, ich komme Ich erkläre es euch Ich erkläre es euch Ja, ich komme runter Ja, oder komm einfach runter Und erklär, bitte Johnny, du kommst erst ein bisschen später Warte noch eine Minute Nicht, dass sie das gleich checken Oh, war der mehr gut So, hört mal zu Jetzt wird's ernst Jetzt wird's ernst Ja, okay Wie ihr wisst, wir haben da hinten ein Labyrinth Okay Dieses Labyrinth hat drei Ausgänge Drei Ausgänge Ihr werdet jetzt alle in dieses Labyrinth reingehen Und in zwei Ausgängen Ist Äh In zwei Ausgängen Sind zwei Killer Äh Positioniert Diese eine Ausgang Wird frei sein Wenn ihr diesen Ausgang erwischt Kommt ihr in die Freiheit Wenn ihr aber da rauskommt Wo der Killer ist Ja Oh mein Gott Dann werdet ihr höchstwahrscheinlich Entweder zusammengeschlagen Oder erschossen Ich helse euch in Italien Wir können's auch so machen Okay, warte Gib mir mal die Kopfschmerzen Bitte, bitte Habt ihr verstanden, wie das Spiel läuft? Ja, aber ich war noch nie in diesem Labor Ja, das wird jetzt Das ist kein Labor Das ist ein Labyrinth Was macht er denn hier? Ja, das ist ein Labyrinth So, dann gehen wir, oder? Das dauert ein bisschen Jetzt, lass alles Komm, komm Okay, okay Du sollst dich tragen, damit du Lauf jetzt aneinander Ich möchte nicht abgeknallt werden Voll Captain Boss Boss-like Wir machen jetzt auch so Ekel Deswegen passt auch die Stimme Manchmal frage ich mich Wieso immer mich sowas einholt Ich weiß nicht Ach du Scheiße Alle bleiben hier Alle bleiben hier Und keiner quatscht jetzt irgendwas rein Sonst knall ich ihn direkt ab Dann hat er nicht mal die Chance zu überleben Habt ihr verstanden? Ihr wird nicht rumgeheult Okay Entschuldigt mir, meine Warte, ich mach das so Okay Da fehlt noch eine Geisel Warte Ah, da fehlt noch einer Okay Ähm Einer Einer Sollte mal hochgehen Der Bürgerkopf Oder so Geh mal kurz hoch Und sag uns genau von hier oben Wolang wir müssen Damit wir Genau in die Mitte kommen Vom Labyrinth Damit wir uns selber nicht verlaufen Und zusammen Warte Hier Jetzt den linken Weg Jetzt rechts Jetzt rechts Rechts Okay Ja Und dann Jetzt links wieder Hier, den hier Ja, ja Warte, bleib kurz stehen Bleib kurz stehen Aber dann folgen nicht alle Okay, warte Ich bleib stehen Warte, Bani Und die Rotarie sind nicht Komm nicht Wieso, Mann Die sollen doch reinkommen, Digga Jungs, schick die da rein, Alter Was ist los da? Also Jetzt reicht's, Alter Den ersten knall ich ab Den ersten knall ich ab Wartet hier Sollen wir warten? Ja Nee, wartet Hier ist noch keiner Ja, wir warten Der Plan ist Wir folgen einfach dem, was sie sagen Ja Hier, 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 hier Rechts, rechts Hier, hallo Zurück, zurück Ich dachte, wir sollen weg Beide zurück Los Los, 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 los Hier Ey, ich hätte abhauen können Aber ich bin so cool Ich bin wiedergekommen Also Hey, Schabernhaut ab Hey Schabernhaut, komm zurück Schabernhaut, komm her Er ist doch wiedergekommen Let's go Okay Jetzt, wo lang Wolang jetzt? Die nächste links Hier links Und jetzt? Hier, weiter, weiter Jetzt gehe ich hier rechts Dann merkt ihr euch hier weg Schabernhaut Muss ich mal meine Nase putzen Ja, komm zu mir Ja Geh mal zu dem Fuchskopf Ähm Okay Ich stehe bei dem ersten Ausgang Warte Hat jeder sich jetzt Warte, ich schaue es mir gleich an Hat sich jeder An Ausgang positioniert? Was war das denn? Ich bin an einem Ausgang Ja Okay, warte Ich schaue es mir gleich an Du Killer Killer 1 Killer 2 Der Fuchs Killer 3 Alien Ihr drei seid jetzt hier Sobald ich sage Okay, ihr könnt euch verpissen Ich positioniere jetzt die Killer Und wenn ihr es schaffen solltet Da raus zu kommen Dann seid ihr frei Aber es kann auch sein Ihr trifft auf den Killer Also wählt eure Wege mit Bedacht Denn sobald ihr Schaut mal Das reicht schon Wenn ihr hier rausschaut Wenn ihr hier so raus lauft Kassiert ihr schon die Kugel Also wählt euren Weg bedacht Mehr sage ich nicht Ich sage Ich gebe euch das Go Wartet kurz Die Killer warten hier Ich bin gleich da Ja, alles gut Ich mache das jetzt Warte Ich muss mir jemand Musst mir den Ausgang koordinieren Hier Bruder Jetzt wieder rechts Jetzt hier wahrscheinlich Und dann hier Okay Sehr schön Okay Hier bei diesem Hauptausgang Schon mal bei diesem Burger du bleibst hier Burger Kopf Du bist hier Okay Burger Kopf Ist positioniert Warte Aber ist geil gemacht Jetzt bin ich mal gespannt Wer alles davon kommt Direkt Bruder Der wo den Ausgang nimmt Hat bekommt direkt die Kugel Okay Let's go Okay wartet kurz Jungs Der bei den Treppen Das ist Mahmoud Schieß mal in die Luft Ja, ja Ich bin auf Treppe Warte Schieß noch mal Okay, okay Du bist da hinten Mahmoud ist bei den Treppen Welchen Ausgang gibt es noch Schau mal Da gibt es noch einen Hier rechts Bruder Hier rechts neben mir Gibt es direkt noch einen Ausgang Soll ich doch abknallen Wenn ihr da rauskommt Äh Wo, wo, wo Ich Achso Hier, hier, hier Okay Weil ganz rechts Ganz rechts gibt es auch noch Ein Eins, zwei Zwei Ich bin hier Dings Bei der Treppe Ich gehe dann rechts Okay, du gehst rechts Du nimmst den rechten Weg Alles klar Okay Dann müssten wir gleich fertig sein Moment Der soll sich noch kurz positionieren Und Ich hab zwei Ausgänge hier Soll ich beide abknallen Wenn die beide Ja, ja Zwei Ausgänge Du bist an zwei Jeder ist an den Ausgang Wo er im Sichtfeld ist Alles klar Okay Nein, nein, nein Ein Ausgang Gibt es auch links von mir wieder Der ist frei Okay Der ist, der ist dann frei Der ist dann frei Der ist Elienkopf Der ist Elienkopf gerade Okay Moment Alles klar Also auf Sichtkontakt Wir schießen, ja Okay Nein, nein, nein Der ist frei Elienkopf Äh, Fuchs Fuchs, hörst du mich? Ne, ne, kein Lockdown Das reicht doch hier Okay, Fuchs Du sagst jetzt denen Äh Du kannst Die können anfangen loszulegen Und Könnt ihr die aus Sichtkontakt abknallen? Jaja, sobald die Ausgang nehmen Knallt die ab Aber ihr lauft denen nicht hinterher rein Nur wenn die den Ausgang nehmen Wenn ihr die nicht erwischt Wenn ihr die nicht erwischt Dann dürfen die wieder reinrennen Aber ihr dürft nicht rein Ey, Bruder Weißt du auch, wie es schwierig wäre? Wenn wir einen mit Machete oder so reinschicken Der die jagt Also Ja, Takashis Kastl oder so Ja, Bruder Soll ich wachen, Bruder? Genau, aber er sollte nicht töten Sondern so und nur so feiern Soll ich wachen, Bruder? Nein, nein, Bruder Sonst haben die ja gar keine Chance Sonst haben die gar keine Chance Nein, ich töte die nicht Ich verjagte mich Mach den ein Ey, Farut Ich sehe euch auf der Treppe auch gut Was? Was? Ich sehe euch auf der Treppe auch gut Ja, ja, das passt Okay, Fuchs Du kannst ihnen das Go geben Die können los Fuchs, die können los Ey, Johnny Mach mal deinen Staubsauger aus, Bruder Wofür mache ich das? Egal, wo der ist raus Alien, bei dir dürfen die hier rausgehen Es geht los Jungs, Ruhe im Funk Fuchs, let's go Fuchs, let's go Announcement of the annual purge Sanctioned by the US government Weapons of class 4 and lower Have been authorized for use During the purge All other weapons are restricted Government officials of ranking 10 Have been granted immunity from the purge And shall not be harmed Commencing at the siren Any and all crime Including murder Will be legal for 12 continuous hours Blessed be our new founding fathers This is not a test This is your emergency broadcast system Announcing the commencement of the annual purge Sanctioned by the US government Weapons of class 4 and lower Have been authorized for use During the purge All other weapons are restricted Government officials of ranking 10 Have been granted immunity from the purge And shall not be harmed Commencing at the siren Any and all crime Including murder Will be legal for 12 continuous hours Blessed be our new founding fathers This is not a test This is not a test This is not a test Die werden alle sterben Ehrlich? Ja normal Sehr schön Der eine ist auch schon weg Bruder lass mich da reinrennen Mit einer Maräte bitte Bruder die sind bei mir da Direkt bei mir Die tragen die Leichen gerade Okay wenn die rauskommen Du weißt Bescheid Du knallst die ab Ja ja ich hab schon Zwei Stück weggeknallt Okay Die ist entkommen Da ist einer entkommen Einer ist entkommen Egal lass ihn Lass ihn Johnny Lass ihn Lass ihn entkommen Soll ich sie entkommen lassen? Sind alle weg? Die sind noch drin Also Celine ist drinnen noch Die die mit den roten Haaren liegt Die mit den roten Haaren liegt Nimm das hier oben Ich seh die ja wenn die hier durchkommen Ich glaube entweder sind alle tot Oder Einer lebt noch Einer lebt noch Einer hat noch Okay Einer lebt noch Warte ich Kann ich noch weiter hier hoch? Du kannst noch eine Etage hören Da siehst du noch Sag das doch gleich Alter Die letzte hat es geschafft? Ja Einer hat es geschafft Die ist hier bei mir Sie ist rausgekommen Okay Herzlichen Glückwunsch Sie ist die einzigste Überlebende Darf sie ihren Mann mitnehmen oder nicht? Ja ja Dann lass sie mitnehmen Nein Oder ne ne Ja man Wir machen es auf eklig Nein Warte Pack sie zur Seite Pack sie zur Seite Ich mache jetzt ein Gespräch mit dir Bitte Nein Ich lass mich zu frei ausfallen Nein Lass ihn mal liegen Nein bitte Das ist ein Mann Lass ihn mal liegen hier Das ist ein Mann Warum farest du dich dann? Ja SaaS dumpf D Wartet ganz kurz. Ich habe verstanden. Wir werden uns jetzt versammeln. Eine Person wird die Person sein, auf die wir einen Kick haben. Warum wir überhaupt hier sind? Wenn du diese Person auswählst, dann wirst auch du sterben. Also du hast von Anfang an gesagt, Schabern ist der einzige Grund, weswegen ihr überhaupt da seid. Oh, habe ich das wirklich gesagt? Ich denke dann mal, dass Schabern das ist. Okay, okay, dann, sorry, warte, warte, wir machen zurück. Nein, nein, nein. Es ist nicht Schabern. Nein, ach so. Nein, nein, du hast tatsächlich die andere Person gemeint letztens im Alter. Genau. Ja, okay, gut. Also wir nochmal, wir versammeln uns nochmal. Also dann entscheiden wir alle zusammen. Warte hier. Komm, mit uns. Ach du Scheiße. Einer, ey, einer muss hierbleiben, damit sie nicht flüchtet. Oh mein Gott. Ja, ich bleib hier stehen. Mein Mann liegt hier. Ich bleib hier. Komm. Äh, wie nehmen wir? Welche Person nehmen wir auf dem Boot? Warte, warte, ich sag dir. Warte. Johnny, nimm Johnny. Eine Person da rum, oder was? Nimm Johnny. Nein, nicht Johnny. Johnny liegt ja dort nicht. Das lässt sich diese Sophie nehmen. Nein, wer ist sie? Wer ist diese... Guck mal, wenn sie ihren Mann auswählt, können wir die alles so kramen, sie ab. Wer ist ihr Mann, der Diego? Ja, genau. Johnny, nimm Johnny. Bruder, Johnny liegt doch dort nicht. Johnny liegt nicht. Ist doch egal, verdammte Scheiße. Bruder, das bringt doch nichts. Wenn sie sagt Johnny, Johnny liegt da ja gar nicht. Ihr müsst ja die Person eine, wo dort liegt. Bunny? Hä? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Er hat geschossen, Alter. Ich wollte gerade... Warte, mich wollte doch gerade geiles RP machen, Mann. Wer ist das am Anakoum jetzt? Ach, du Kacke. Aber wo, aber woher kommen die? Oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott, die haben gerade meinen RP gefickt, Mann. Ach, du Kacke. Wallah, ich wollte gerade was richtig Krankes machen, Morug. Ich hatte was so Geiles geplant, Digger. Woher? Wer ist das? Wieso? Nein, Stream-Sniper niemals, Bro. Niemals würden die so krass Stream-Sniper, niemals. Wer das, wer das Stream gesnipet hat, Digger, das ist... Ich glaube es. Fuck, Bruder. Ich habe mich entfernt, ich bin weggesandt. Wo ist der SK5? Ich habe mich entfernt, Bruder. Komm, Bruder, komm, komm, komm. Komm, Bruder, komm, komm. Bruder, wir machen das. Wir machen das, wir machen das. Hey, Bruder. Jeans, Bruder. Wir hatten noch nie Angst vor die... Ich küss dein Herz, Bruder. Danke für deinen, äh... zweiten Monat. Aber wer ist der? Warum, warum ist... Ey, ich habe Lila eine Bandane an. Schieß nicht auf mich. Okay, Bruder. Niemand wusste, wer die sind. Aber echt schade, Digger. Wallah, ich hatte gerade was voll Geiles vor. Ich wollte die eh alle ins Krankenhaus bringen. Komm, Bruder, ne? Oder? Irgendeiner hatte ein Handy und hat Standort geschickt. Ich wusste, dass wir... Keine Ahnung, Bruder, ja. Ich hatte so geiles RP gerade vor. Oder sind die alle weg? Hm. Nein. Du hast alles abgenommen, ne, Kevin? Wo stehen die? Ich sehe keinen unten. Theoretisch gesehen, ja. Du bist groß? Nein, Bruder, ich bin aufs Dach ganz oben. Ich bin ganz oben aufs Dach. Dieses groß, da wo... Ich wusste, Bruder. Bruder, ich bin noch da. Da ist keiner. Zehn Leute hinkommen und auf dich schießen. Okay, Kim Bart, ich küsse dein Herz, Bruder. Gar kein Problem. Das Fail-App hier, wenn die Handy... Aber wer, Bruder? Wer hatte noch ein Handy, Bruder? Ihr habt doch alle Handys abgenommen, oder nicht? Nein, Bruder, Schabern nicht. Schabern hat mir gerade selber geschrieben. Oha, was geht hier ab? Schabern war das nicht. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich helfe dir. Liebst du noch? Normal. Gut, wenigstens hastet ihr noch eine Schießerei. Und, bist du da hinten? So hinten, Labyrinth? Ja, nein, nein, nein. Ich bin hier bei 3. Das ist Sheriff mit GmbH. Oder wer hat den jetzt einen 30er gemacht? Ich würde das voll gerne wissen, Mann. Ich küsse dein Herz, Cranks. Ich küsse dein Herz. Außer Johnny, aber das würde keinen Sinn ergeben. Ich glaube nicht, dass Johnny das gemacht hat. Ich kann halt auf einmal schießen. Ja, ich dachte, ey, Ikic, ich dachte, das ist einer von uns da mit Waffe. Auf einmal, der gibt mir direkt Headshot, Bruder. Direkt. Der hat mir als erstes Headshot verpasst. Direkt. Bruder, ich bin auf, wie gesagt, ich habe einen Passkurs, Bruder. Bruder, eins ist, ich weiß jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht Sophia ihr Hack nehmen, aber die wurde doch abgeknallt, oder nicht? Ich glaube, Banni hatte Funkgerät. Ich glaube nicht. Keine Ahnung, war doch auf jeden Fall... Die wurde abgeknallt. Okay, dann kann es Sophia schon mal nicht sein. Dann war es Sophia nicht. Banni war die Einzige. Ich habe alle durchsucht. Also, Bruder, dann keine Ahnung. Wer war das dann? Johnny kann es auch nicht sein. Nein, da sind noch zwei... Johnny war von uns. Komisch. Komisch, komisch. Ich hatte auf jeden Fall voll geiles Apple in der Folge gehabt, ja. Schade. Ich habe einen, ich habe einen, ich habe einen, ich habe einen. Ist nur noch einer, ja. Komm, komm, Bruder, warte mal. Schabern weiß es selber nicht. Er weiß es selber nicht. Schabern schreibt gerade selber, ich weiß es selber nicht. Die pushen mich gerade links rum, zwei Leute. Aber rechts noch mehr. Hm, komisch. Egal, Bruder, deine Jungs klären. Sollen die klären, Bruder, aber weißt du, das geht mir darum, um RP, Bruder, ja. Die schießen wollen, hätte ich die ja gleich abgeknallt, aber... Ich bin da, auf einmal springt einer vom Dach wie Batman-Moduch, der sagt, hey, du, ich denke, der gehört zu uns, auf einmal bekomme ich Headshot, direkt. Egal, Bruder, wir müssen uns konzentrieren. Warte, drei, vier Leute noch, egal, ich habe konzentrieren. Egal, danach hat heute der Stream halt kein Happy End. Kann man nichts machen. Danke, Albo-Boy. Keiner von denen kann Bescheid gesagt haben. Alle wurden durchsucht. Bro. Die wurden durchsucht. Handys wurde abgenommen. Alles wurde abgenommen. Die wurden hier mitgenommen. Keiner war hier. Ich würde echt gerne wissen, wie die das herausgefunden haben. Echt gerne. Aber ich glaube nicht, dass GmbH so extrem metert und dahin geht. Das glaube ich nicht, Digga. Es gibt einen Grund. Es gibt einen Grund, wie die dahin gekommen sind. Es muss einen Grund geben. Es muss einen Grund geben. Es muss einen Grund. Irgendeiner hat einen 30er. Irgendeiner hat gefunkt oder was Bescheid gegeben. Aber wer? Ja, Bruder. Bruder, du bist auf Lautsprecher. Hallo? Bruder, ich habe keine Ahnung. Wallah, wir diskutieren auch gerade im Chat. Wir wissen nicht, wie die das wussten, Bruder. Bruder, die kommen. Die haben uns abgeknallt, Bro. Komm, komm zu zweit machen. Wo bist du? Wo bist du? Ich komme zu dir. Ich bin einfach unten bei Wall. Direkt da drunter. Ja, Bruder, natürlich nicht. Hat noch voll geiles RP vor. Oder einfach drunter. Ja, ich weiß es nicht, Bruder. Ich weiß es nicht. Du hast aber safe nicht irgendwie SMS oder so, oder? Keine Ahnung, Bruder. Keine Ahnung, Bruder. Ich weiß es nicht. Irgendeiner hat Handy, glaube ich, Dispatch geschickt oder so. Irgendeiner. Das sind zwei Stück, Bruder, das sind drei Stück. Schabern selber, ich glaube nicht. Oder? Okay. Nicht sehen. Ich weiß es nicht, Bruder. Ich weiß es nicht. Die Leute pushen mich gerade. Keine Ahnung. Bei mir sind zwei. Habibi, die sechs Leute pushen mich. Ja, das sind zu viele. Bei mir sind auch noch verraten. Du hast dich jetzt noch versteckt. Bruder, das ist ja nicht. Selbstmord, ich sage dir das. Du bist weg, ne? Ja, ich weiß nicht, wo die genug sind. Oder das auf der anderen Seite. Ich werde nicht. Ich glaube, Mettik haben die gehört. Das heißt, die werden gleich doch doppelt zu viele wieder. Ich werde nicht. Ich werde nicht. Bruder, alles oder nichts rein da, ja. Wir kommen jetzt Richtung Hinterseite. Wir sind gleich da. Wir sind jetzt in den Hof. Ich habe extra gemutet, damit ihr den Funk hört. Damit ihr den Funk hört. Wir sind jetzt in den Hof. War das nicht Nejo's Stimme? Nein, Bruder. Das ist GmbH. Das ist GmbH. Das ist GmbH. Äh, warte, der ist von uns. Der ist nicht von uns. Hört sich echt an, wie eine Jolan. Ja, okay, ich packe eine mit. Der andere. Alles weg an meinem Akkohämm, alles weg. Habt ihr mich gefickt, dann? Ja. Hast du dir, mein Adana-Kebab ist auch weg. Sieben verbündet. Oh, Mann, ich gucke ihm, Mann. Ach, Bruder. Mein GmbH, Mann. Äh, mein Adana-Kebab, Bruder. Mein Adana-Kebab, Mann. Ich wollte ihn noch essen, Alter. Das ist echt eib. Wallah, das ist echt eib. Bestellt ihr neuen Adana hier. Bruder, gefickt, Mann. Auf jeden Fall RKS C63. Farod Ben ist auf niemanden angewiesen. Ich dachte, so ein Satz fällt am Tisch. Äh, angewiesen von dem Sinne her, wir haben ein System. Und dieses System kann ich nicht umgehen. Hey, Bruder. Was geht, Bruder? Hey, wie geht's dir, Bruder? Gottverdammter Pandero, mir geht's gar nicht gut, Mann. Warum, Alter? Was passiert? Ich wurde entführt von irgendwelchen gottverdammten Bastarden, Alter. Ey, scheiß, Alter, diese Bastarde, Mann. Wer war das, Bruder? Warum rufst du mich nicht? Ich ja, ich glaub auch nicht, dass es nicht so war. Die haben gesagt, Handy abgeben, dies abgeben, das abgeben. Weißt du, ich hab drei Werkzeugkosten und zwei Heroinfälle und verdammt nochmal. Wie soll ich den Scheiß wiederbekommen? Boah, scheiß, Alter, Mann. Ey, das kann's doch nicht sein, Mann. Ja, das kann echt nicht sein. Ist alles trotzdem gut gelaufen, Bruder. Nein, gar nichts ist gut gelaufen, verdammt nochmal. Die haben gegen ihre eigenen Regeln verstoßen, waren einfach keine Männer. Haben gesagt, ey, ich erklär dir alles. Warte mal, komm mal mit. Warte mal, ich will hier erstmal ein Smartphone... Oh, erstmal hier nicht wie so ein Hüllenmensch leben, weißt du? So, sag, okay. Farod, weißt du, was wir jetzt machen? Bude, ich hab zwei Liter schon getrunken. Was denn? Farod, wir machen jetzt voll in der Massen. Du steigst jetzt gleich mit mir in mein Auto ein. Wir fahren ins Studio und ich freestyle dir einen Disstrack gegen diese ganzen gottverdammten Los Santos-Wichser. Ich hab keine Lust mehr, ich hab keinen Nerv mehr. Jeder macht hier einen auf G. Nur weil ich eine Waffe habe, kann ich den in den Kopf, ja, fick dich, Alter. Mhm, mhm. Ich weiß, was du meinst. Ich bin, ich bin, ich bin grad wirklich, ich bin grad wirklich auf, auf über 180. Auf über 180. Aber wie ist denn das dazu... Hattest du, hattest du nicht irgendwie die Chance da vielleicht mich anzurufen oder irgendwelche Leute oder so, dass die da hinkommen? Nein, gar nichts, gar nichts, gar nichts, überhaupt nichts, null, nada. Weißt du, was das größte Problem war? Wir waren auf einer Hochzeit. Diego war auf einer gottverdammten Hochzeit, Mann. Und ich hab die beiden gerade verkuppelt, ich hab Musik gemacht. Ich hab alles, es war alles so wunderbar, es war perfekt. Es war einfach wie, als hätte ein Engel das organisiert. Okay. Und am Ende des Tages sind dann irgendwelche, so ein, so ein, so ein gottverdammter Penner am Captain Boss-like, wie der hieß, dieser gottverdammte Wichser, dieser Penner. Captain Boss-like hier, so ein 31er, wer ist das, Alter, lass ihn f***chen, wer ist Captain Boss-like hier? Diesen gottverdammten Wichser, Captain Boss-like, warte ab, ich werd ihn wissen. Wir gehen jetzt ins Studio, du kommst mit. Johnny, du kommst auch mit, wir gehen ins Studio, sofort, alle. Das zieht dir an, ich hab Verband gekauft, Mann, da komm ich, ich bin... 2000 Lira sind weg. Ich hab aus Versehen Verband gekauft, Mann. Warum? Ich weiß nicht, Alter. Mein Geld ist weg. Scheiße, Mann. Was kostet eigentlich eine Waffe in dieser Stadt? Na? Schauen wir gleich, Emma. Äh, ja? Was kostet eine Waffe in dieser Stadt? Zu viel, Alter. Zu viel. Zu viel? Mhm. Ähm, Captain-like, wie hieß der Captain, was hab ich gesagt? Captain Boss-like hier, Fuchs. Ja? Wie geht's dir? Mir geht's gut, ja. Und wie geht's Ihnen? Herr Boss-like hier? Bist, Mann, sei doch leise. Die wissen nicht, dass ich Boss-like... Das darf keiner wissen, Bruder. Ach so, fuck, Alter, ich hab geschrien, sorry. Nein, nein, ein bisschen, nein. Ich hoffe, der hat's nicht gehört. Ich hoffe, der hat's nicht gehört. Kein Dicho, da oben war eine Treppe, die, äh, und du bist genau an der Kante von der Treppe gelaufen. Wartet ab, Bruder, im Studio erwartet etwas noch, aber ich vielleicht... Konntest du mich erkennen? Äh? Hört man dir ins Hörstgeschäft? Wie konntest du mich erkennen, Mann? Wie konntest du mich erkennen? Wie konntest du mich erkennen? Alles okay hier? Nein, ist nichts okay. Alles gut, Bruder. Es ist nichts okay. Es ist nichts okay. Ich weiß schon, dass... Oh, ihr habt mich gefickt, Jörg. Mann, Mann, Mann. Alles gut. Okay. Let's go. So, steigt aus aus dem perfekten Wagen. Ich will ich. Mein Gott. Warte, wir müssen uns kurz ein Handy kaufen. Ey, das... Seid doch ein Paar, ne? Ja. Ah, cool. Hedge, Glückwunsch, dass ihr... Ich hab... Warte. Dankeschön. Hedge? Hedge? Der hat einen Platten, der hat einen Platten, der hat einen... Nein, das war nur... Ich hab einen Antrag bekommen, die Hochzeit voll so noch. Du weißt eigentlich, wer diese Witzwollte war? Ach so, okay. Dann wünsche ich dir trotzdem alles Gute zur Verlobung. Dankeschön. Nein, nein, nein. Ich weiß es nicht. Die hatten alle Masken an. Aber ich hab eine Vermutung, ehrlich gesagt. Aber dann muss ich noch auf dem... Ich glaub, das waren meine alten Jungs wieder gewesen, die mit den Hausten. Also, ey, hör mal, Bräutigam. Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Ich hoffe, deine Verlobung lief reibungslos. Dankeschön. Ja, aber wir leben noch, Gott sei Dank. Na ja, ne? Was denn genau passiert, Mann? Ich hoffe, euch geht's gut. Irgendwas von einem Captain Bosslike hier. Mahut. Ich war gerade dabei, einen Antrag zu machen. Und, äh... Ich war gerade dabei, einen Antrag zu machen. Dann haben uns auf einmal Leute gestürmt. Und haben uns mitgenommen. Ganz verrückt. Ich hab sowas noch nie erlebt. Und dann mussten wir in ein Label rinnt. Grüße an alle OGs. Ahu! Ich erinnere mich noch an einen Knacken. Deine Herzmutter, grüße zurück. Danke für deinen Euro, Bro. Du bist krank, wie mein Junge. Voll die Psychopathen. Voll die Psychopathen, Mann. Was? Hä, was? Okay, ich geh dann mal zu meinem Auto. Ja. Mach das. Und wo weißt du, dass die ein Paar sind? Hä? Ich war doch dabei. Aber die hätten das so eigentlich wissen können, ne? Ja, egal. Ja, Jungs, sorry. Hier endet's. Gleich. Demnächst. Ich wollte zwar... Ist das ein Opel Astra? Nee. Ich wollte zwar... Ich hatte noch eigentlich was Geiles vor. Aber ging leider nicht. Ja, RP wurde leider aufgehalten. Schade. Aber du warst nicht beim Notfallmedic. Kann man nichts machen. Danke dir, Fals. Alles gut, Mann. Ey, lass mal zur Villa gehen. Das ist jetzt bei... Können wir leider nichts machen, Alter. Ja, ja, ja. Schade, dass du abwielst auf mich. Ja. Kann man leider nichts machen. Auf dem Weg zur Villa. Ich bin mal echt gespannt später. Also wenn das... Wenn das die GmbH waren... Ich hab ja Kontakt zu Sheriff. Ich bin... Ich bin... Ich bin der festen Überzeugung, Sheriff ist der Letzte, wo er meet hat. Der wird mir bestimmt den Grund später sagen. Ich bin echt gespannt. Wallah, ich bin echt gespannt, wer den 31er gemacht hat. Ich würde das echt gerne wissen. Wallah. Was heißt du davon, dass wir die Tage mal einen Banküberfall starten oder sowas? Ja, können wir machen. Warum nicht? Banküberfall hat sich auch gut an. Das könnte besser ablaufen vorhin, aber... Hat auch schon ganz gut geklappt. Ja, aber... Ich hatte noch was Großartiges vor. Aber ja, gut. Man kann ja nicht alles haben. So sieht's aus. Dann sag mal den Jungs, die sollen... Wenn die... Wer alles da ist. Jungs, wer ist alles da? Nehmt die Autos und kommt in die Villa dann, ja? Ah. Das war's für heute. Hast du vielleicht eine Waffe für mich, Varus? Du, die Waffen sind sehr selten. Da muss ich jetzt leider geizen. Ah, scheiße, ich hab... Eine Waffe jetzt verloren. Auf, Alter. Ich fick doch sowas, Mann. Ich fick doch sowas, Alter. Ich steig ein, Bruder. Ich hab sie nicht verloren. Oh, gut. Gott sei Dank. Hab ich die Waffe verloren oder nicht? Ja. Ah, okay. Hä? Hä? Wo ist das? Keine Ahnung. Hä? 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 Jetzt hab ich vergessen, dir die Waffe zu geben. Warte mal, vielleicht hab ich noch eine im Lager. Diese scheiß Kopfschmerzen, ja? Ich hab, ich hab hier schon eine. Alles gut. Ach, hast du? Ja, ja. Ich hatte noch eine im Auto. Raff, vielleicht hab Sie noch da. Wir sind in der Villa, ja. Wir sind in der Villa. Okay. Da ist aber jemand noch am Anfang, keine Ahnung, oder ist es. Hä? Ich mach es wieder gut. Es tut mir doch so leid. Komm wieder zurück zu mir. Ich will bei dir sein. Nie wieder allein. Es tut mir doch so leid. Nee, 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 nee. Es tut mir doch so leid. Nein, noch. Oh. Tut mir. Jungs, ich wollte nur ein bisschen was singen. Ich küss doch eure Herzen. Du kommst in meine Villa. Du kommst in meine Villa. Machst hier, grüßtelst hier an meinem Laptop rum. Bruder, ich hab mich die ganze Arbeit gemeldet. Ich dachte, du bist hier, deswegen. Wer bist du? Ich bin Santana, Bruder. Ich hab dir auch Standort geschickt. Ich dachte, vielleicht kommst du rüber. Wer ist Firas? Wer ist das? Wie kommst du hier? Wie kommst du hierher? Ich komm in Frieden. Hallo. Mutter, ich bin ganz normal gekommen. Dankeschön, Bruder. Ich kann das aber nicht vorlesen. Der eine ist Musikproduzent. Ich wollte mich eigentlich vorstellen bei dir, aber du warst nicht da, Bruder. Wir kommen in Frieden. Ich will kein Ergo, das ist gar nichts. Du kommst also in meine Villa. Und wir sind die anderen zwei. Wir sind die Maskierten. Mutter, der mit dem Blau, der ist Musikproduzent. Wer bist du? Der macht eigentlich nichts. Geh wieder raus. Wer bist du? Schau, deine Kuppe. Wer bist du? Wir gehören zusammen. Das sagt deinen Namen. Ich sag deinen Namen. Komm mal in die Villa, Jungs. Komm mal in die Villa. Abu Green bin ich. Abu Green. Abu Green. Wer ist das hier? Wer ist der Rapper? Wer ist dieser Amateur-Rapper? Das ist Santana. Hör mal, Farut. 2 Kilometer. Letztens bin ich zu euch ins Bahamas gekommen. Mhm. Und da habt ihr mich angegriffen und geboxt. Weißt du? Mhm. Ich wollte dir Santana vorstellen. Und jetzt ist er einfach her gekommen. Ihr kommt, ihr kommt hier in meine Villa, hier kommt in meine Villa, meine 17 Millionen Dollar Villa, kommt hier einfach her. Meint ihr hier, wo Benner Leben länger gedreht wird, dass ihr einfach hier mal einen Song aufnimmt und ihr denkt, ihr kommt hier jetzt lebend wieder raus? Hammer, Hammer, Farut. Und wir appellieren natürlich auf deine Gutmütigkeit und du weißt ja, es ist ein bisschen schwierig für einen Musiker hier in Los Santos. Und wir wollten dir halt zeigen, dass wir das ernst meinen, weißt du, und dann haben wir die Eier gehabt, herzukommen. Mhm. Ansonsten wärst du wahrscheinlich nicht auf Santana aufmerksam geworden. Mhm. Und da dachte ich, wir gehen dieses Risiko mal ein. Santana ist also der Rapper. Er ist Sänger, er ist Sänger. Er ist Sänger, ich bin dein Produzent. Ach so, er ist Sänger und ihr seid Tänzer. Das sind meine Tänzer, ja. Bruder, ja, ich weiß nicht, was die beiden machen, aber ich bin Produzent auf jeden Fall. Ich bin so. Okay. Lass uns zum Frieden raus, ich sing dir einen kurzen Part und lass uns einfach raus. Nee, so einfach ist das nicht, Jungs. Ihr kommt in meine Villa, nehmt hier mein Studio auseinander. Nee, nee, wir haben auch die Einschüge. Ich muss, warte mal, was hast du am Mic jetzt? Was hast du am Mic gemacht? Ich muss mal hier... Gar nicht, nein. Ich hab hier live gesungen. Test, test. Ey. Das ist Autotune, was du eingestellt hast. Bei mir gibt's keine Autotune, Bruder. Das ist Autotune. Okay, pass auf. Alles easy, alles easy. Ihr drei kommt raus. Der Rapper bleibt drinne. Der Rapper bleibt drinne. Okay, okay. Der Rapper bleibt drinne. Los, raus, raus, raus. Santana, ich mach deinen Beat dann, ja? Aus mit euch. Okay, mach den Beat. Alles gut. So. Bruder, ich bin ein Produzent, ich muss die Murkram machen. Nein, 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 ihr bleibt hier, ihr bleibt hier, ihr kleinen Schlingel. Ihr bleibt hier, ihr bleibt hier. Lege mal deine Sachen, leg mal deine Waffe alles auf den Boden. Bruder, ich hab keine Waffen. Ich bin erst seit heute hier. Ich hab nichts mit dem Daufen zu tun. Hau mal raus, Santana. Hau mal Rap raus. Ich kann nicht rap, aber ich sing mal was. Was ihr wollt, du hast ja nicht, wo ist das Rapper? Ja, warte, ich stell dir das rein. Ich stell dir das rein. Ich hab die Waffe jetzt runter. Ich hab keinen. Bruder, warte, ich stell dir den Beat ein. Kannst du den Beat machen? Ja, Bruder, warte, ich hab den Beat gleich. Danke. Okay, hier, los geht's. So, hau mal raus, was du drauf hast. Okay, Leute, die Saison ist live hier. Viel Spaß euch. Machen wir ein bisschen sauter von können. Rapp, ist der Funk. Hallo, ist jemand zu tun? Meint der hier irgendwelche Gesänge zu machen? Meint der hier irgendwelche? Halt die alle weg, Mann. Hallo, Funkcheck, ist jemand da? Ja, ja. Ja, Bruder, ja, ja. Kann mich jemand Westhighway abholen? Hey, Farud, hier liegt der Schmutz, Digge. Hey, Farud, ich möchte dir mal eine Sache sagen, ja? Das, was du gerade gemacht hast, das war perfekt, Bruder. Genauso will ich die Schaben machen. Boah. Oh, ich küsse dein Herz. Wer auch immer das ist, Bruder, ich küsse dein Herz. Aber das hat gerade so reingepasst. Er fängt gerade an zu singen und er bekommt den Kugel. Ich küsse dein Herz, wer auch immer du warst, Bruder. Ich küsse dein Herz. Es tut mir leid, Bruder, es tut mir leid, aber weißt du, das muss gemacht werden, weil die Villa ist heilig, Bruder, für uns. Recipe Santa. Nein. Boah, das hat gerade... I walk in a way und dann kommt die Kugel, Moruch. Sag das mal Fargo, zeig jemanden. Ey, scheiße, der Arme, Mann. Und einfach, er schlägt mich, Bruder. Ich habe Waffe in Hand, ich habe gar nicht damit gerechnet. Ja, scheiße. Verdammte Scheiße, das ist hier eine 17 Millionen Dollar Villa. Wenn hier jeder jetzt reinmarschiert und meinen muss, hier Studioaufnahmen zu machen, wo sind wir hier? Judy. Jungs, schaut mal auf die Platten. Judy hat diese Sachen hier produced. Und dann kommt hier da irgendeiner und rappt hier von I walk in a way, Alter. Was für ein way. Den einzigen way, den du jetzt nimmst, ist zum Himmel. Mehr nicht. Und da sehe ich hier noch Blut auf dem... Ey, was ist das heute für ein Tag, Alter? Heute ist nicht unser Tag. Heute ist nicht unser Tag. Fuchs. Ich lasse das hier alles reinigen. Keine Sorge, Frau. Danke, danke, danke. Ruft mal einen an den Dispatch, soll ein Mediziner herkommen. Die sollen mitgenommen werden. Ich möchte hier nicht, dass ich irgendwie wegen Mordverdacht hier angeklagt werde. Jetzt ist ja immer eine Promophase. Ja, ja, wir kümmern uns drum. Ich und Mahmoud kümmern uns drum. Könnt ihr Dispatch schicken, dass ein Mediziner herkommt? Ja, ja, ich mach das. Okay, sehr schön, Jungs. Ich vertraue auf euch. Guck mal, Varus. Ja. Drei Backpfeifen. Batsch, Batsch, Batsch. Und da lag er da. Santana, ein bisschen. Komm mal einer auf, eine... Nein, Faru, Faru, Faru. Kazan kommt gerade mit Sophia und so her. Habt ihr die gerufen? Ja, ich hab's gesehen, Bruder. Hallo? Nein, sind die vor der Tür? Ja, die sind gerade beim Kleidungsladen. Ich hab die gefunden und die meinten, komm ins Studio. Warum will hier jeder in diese scheiß Villa kommen und meine 17 Millionen Dollar teure Villa hier zu beschmutzen? Das kann's doch nicht sein, Alter. Jungs, ihr wisst Bescheid, ne? Jeder, der diese Villa betritt, ihr habt automatisch das Recht, ihn direkt abzufallen. Das heißt, ich schieße sofort auf Sophia und so, wenn die kommen. Ah, die hupen doch. Wenn die kommen, ah, wenn die hupen, ist okay. Ja, ich fährt einer rein rein. Hey, 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 hey. Ah, das ist Johnny, das ist Johnny, das ist Johnny. Ah, Johnny, alles klar. Mach doch der Armel an. Der tut mir schon leid, dass er abgeknallt wurde, was? Aber das hat halt so gerade voll gepasst, weißt du? Vorsichtig. Wer ist das? Wer sind die zwei? Johnny. Dein Kip. Oh Gott, warum mit einer Waffe? Wir haben es doch gerade auch noch gesehen, Mann, Farud. Ah, okay. Wohin geht's jetzt? Kazan ist aber nicht hier. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht. Wer ist das? Ey, die ganze Wand ist dreckig, Alter. Ich küsse dein Herz, Robert. Danke, Bruderherz, für deine 100 Bits. Ich küsse dein Herz, Bruder. Farud ist hier, Johnny ist hier. I'm walking away, Santana. Hat jemand einen Clip davon, Bruder? Hat jemand einen Clip von der Scheiße? Okay, okay. Robert, ich küsse dein Herz. Paar von was hast du gesagt? Paar von euren Jungs. Von unseren Jungs, Mann, Diego. Soll ich denn den Hirn scheißen, oder was? Warum, Johnny? Ich muss sagen, ein Paar von der Gang. Wollah, der Clip, der ist schon geil. Ja, okay. Weicht, Mann. Keiner? Wir sind verlobt. Joel, danke schön für deine 100 Bits, Bruder. Ich küsse dein Herz. Das noch nicht mal. Ich küsse deine Augen, Abibi. Wenn ihr darauf wartet, dann werdet ihr nie heiraten. Wir haben uns doch heute erst verlobt. Rip haust, verdammte Scheiße, Mann. Oh, fuck. Ich hab so... Bruder, die Stimme war nicht schlecht, aber das hat halt gerade voll reingepasst, finde ich. Weißt du? Da, walking away. Ich weiß nicht. Oh, Mann, wen habt ihr alles hier hingerichtet? Was ist los, Mann, Farud? Ja, paar Einbrecher. Sieht gar nicht gut aus. Au. Bitte gebt euch. Das hat einfach gerade voll gepasst. Meint er hier irgendwelche Gesänge zu machen? Au. Meint er hier irgendwelche Gesänge zu machen? Meint er hier irgendwelche Gesänge zu machen? Oh, der arme Morchia. Der arme, Digga. Er wird eine Legende bleiben. Er bleibt in unserem Herzen. Er wird eine Legende bleiben. Die Kops hierher, weil die wissen immer, was hier passiert ist. Wo sind diese Gottweiler? Wechsel? Bruder, äh, war der im Blaulol? Ich und Santana wollten eigentlich fragen, ob wir korrekt bei dir auf... Bruder, ich küss dein Herz, Wallah. Ich küss dein Herz. Ich wollte echt euch nicht abknallen, Bruder. Aber das muss halt so verstanden werden, weil viele auch einfach in die Villa kommen, weißt du? Es hat mir wirklich wehgetan. Ich küss dein Herz, Bruder. Ich küss dein Herz. Ey, Jungs. Ich geh auch schlafen, Alter. Ja, warte. Ey, Jungs. Alles gut, alles gut, Farrus. Ich küss eure Herzen. Passt auf euch auf. Gute Nacht, Farrus. Gute Nacht, Jungs. Wie hieß der nochmal? I'm walking away. Wie hieß der nochmal? Ich wagen es auf. Wie hieß der, Bruder? Santana, Santana, genau. Rest in peace, Santana. Salamu alaikum, alaikum, salam. Setzt euch. Ah, Fuchs, Bruder. Ich küss dein Herz, Bruder. Ich wollte gerade auch schlafen gehen, ja. Ich küss dein Herz. Rest in peace, Santana. Es tut mir leid. Jungs. Heute war ein bisschen ruhiger, RP. Ich küss auf jeden Fall dein Herz, Fuchs, Bruder. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Host. Und ja, meine Damen und Herren, ich danke euch auf jeden Fall. Ich danke euch, dass ihr da wart. Ich küss eure Herzen. Ähm, zu wem bringen wir euch rüber? Doch, jetzt frage ich, Bruder. Jetzt diskutieren wir. Also, wir können sagen, Raph, Bruder. Der Bruder Raph. Habt ihr doch gestern gesagt. Der Arme, komm. Der Bratan ist stabil. Raph haben wir gestern gesagt, den gönnen wir heute. Jungs, an dieser Stelle, ich möchte euch, ich möchte mich bedanken an jedem, der da war, bis uns diese, äh, Abend, wo man noch essen kann und chillen kann. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen chillen, dies, das. Und dann werde ich, äh, auch demnächst schlafen gehen. Ich küss eure Herzen. Wallah, vielen, vielen lieben Dank euch. Danke, dass ihr da seid. Ich küss eure Herzen. Der Chat ist Familie. Ihr wisst Bescheid. Danke, dass ihr auch diese Zeit, dass wir die da zusammen verbringen, okay. Viele, viele Lieber gehen an euch raus. Danke nochmal an die kranken Donations, die heute reingekommen sind. Wallah, ich küss eure Herzen, okay. Rest in Peace, Santana. Du weißt Bescheid, du wirst immer noch die Eins bleiben, Bruder. Es tut mir leid, dass ich dich abgeknallt hab. Es tut mir leid, I'm walking away, du weißt Bescheid. Jungs, gute Nacht. Wir sehen uns, äh, wir sehen uns tomorrow. Ich danke euch auf jeden Fall für das, äh, für euer Dasein und, ja. Danke auf jeden Fall, Wallah. Ich kann das nicht oft genug sagen, so, weißt du, weil, ich weiß nicht, so, der Chat ist einfach Liebe. Und, inshallah, egal was, egal was passiert, so, wir werden auf jeden Fall immer zusammenhalten. Weil, ihr seid auch das, was eigentlich alles so ermöglicht wird, wurde. Also, ohne euch wären wir nicht da, wo wir heute sind. Ich küss eure Herzen, passt auf euch auf. Und, wir sehen uns morgen. Assalamu alaikum. Nice, nice.